Sie hören, eine Produktion des Podcast-Imperiums. Die Produktion des Podcasts Die Apokalypse kommt mit Shotguns und mit Walkern. Stattdessen kommt sie mit Nudeln, Klopapier und Rotzfahne daher. Das haben wir uns alle irgendwie anders vorgestellt. Wir haben uns auch die Folgen zu The Walking Dead irgendwie anders vorgestellt. Aber die Zeiten sind irgendwie seltsam. Und deswegen habe ich jetzt ganz oft irgendwie gesagt, bevor ich nochmal irgendwie sage, mein Name ist Chris und eigentlich besprechen wir alle 14 Tage zwei folgende Walking Dead. Aber durch die Ausnahmesituation der fast nicht gekommenen Apokalypse haben wir auch hier ein kleines Delay reinbekommen. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Damit wir aber die letzten vier Folgen mal so richtig besprechen, habe ich mir neben dem Nerdizist Michael, hallo. Hallihallo. Auch einen alten Bekannten eingeladen, eine Stimme, die schon mehr als einmal bei uns im Cast war, die schon mehr als einmal bei uns auf der Bühne war, mit uns in der Streaming Books auf der German Comic Con war. Deswegen herzlich willkommen vom Discovery Panel Andreas. Hallo. Hi, die Streaming Books, das klingt auf jeden Fall ziemlich cool. Ja, die Streaming Books möchte ich an der Stelle nochmal extra erwähnen, denn meine Faulheit ist jetzt praktisch euer Bonus, liebe Hörer. Denn wir habt ja sicherlich auch festgestellt, dass die letzte Folge von The Walking Dead jetzt erstmal wegen Corona verschoben ist. Und jetzt ist ja natürlich die Frage, was bringen wir in der Zwischenzeit? Und wir haben, Andreas und ich, in der Streaming Box der German Comic Con im Dezember Interviews geführt mit einer Menge Walking Dead Schauspielern. Jetzt kriege ich die Namen alle nicht mehr zusammen, aber die Rollennamen. Da war dabei Alden, Jerry, Siddiqu. Das hatten wir dann noch. Ich glaube, die drei waren es tatsächlich. Hatten wir nicht noch einen kleinen, ach, das war glaube ich am Samstag, war das nicht noch ein kleines Mädchen, das früh gestorben ist von Carol Erschossen wurde? Hatten wir auch noch, die war noch 15 oder so. Stimmt, Look at the Flowers tatsächlich. Das war ja auch eine der Episodentitel. Und das war ihre Episode, wo sie gestorben ist, genau. Irgendwas mit Schabinski, Schabinski. Irgendwie sowas, genau. Und sie war sehr irritiert, als ich sie gefragt habe, ob sie sich schon die Rechte an ihrem digitalen Weiterleben mit ihrem Management gesichert hat. Das ist komisch, weil sie gerade erst 18 ist. Ich weiß, war wieder super taktvoll von mir. Ja, heute haben wir viel vor. Wir wollen vier folgende Walking Dead besprechen, nämlich die Folgen 12, 13, 14 und 15. Die ja mit einem doch schon fast schon geplanten Cliffhanger, also was fühlt sich irgendwie an wie ein geplanter Cliffhanger, obwohl es keiner war, aufhört. Bevor wir aber beginnen mit unserem Review. Sag mal, Michael, wo könnte man denn hören, wenn man jetzt Walking Dead-lose Zeit überbrücken muss? Walking Dead-lose Zeit und vor allem die Corona-Zeit könnt ihr immer auf nerdizismus.de überbrücken. Denn da findet ihr alles, was wir irgendwie jemals gemacht haben. Wir haben, glaube ich, mittlerweile über 200 Podcast-Episoden und da findet ihr den Link zu Spotify, iTunes, Google Podcast, wenn ihr nicht sowieso schon da unterwegs seid. Zu unseren ganzen Social-Media-Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und so weiter und so fort. Ihr könnt uns eine Mail schreiben, wenn ihr uns kontaktieren möchtet oder uns Feedback geben möchtet, info-at-nerdizismus.de oder eine WhatsApp an die Nummer 01525-964-7709. Das gleiche über Telegram, da heißen wir, glaube ich, at Nerdizismus, freuen uns aber natürlich besonders über das Feedback zu Walking Dead. Ja, wunderbar. Ich habe gerade eben nochmal der Vollständigkeit halber in Vero reingeschaut, hat sich nichts getan. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich habe noch einen kleinen Hinweis zu geben im Zuge des allgemeinen Lockdowns, wo wir alle doof zu Hause rumsitzen. Wobei andererseits, ich weiß nicht, wie es euch geht, für mich hat sich gar nicht so viel geändert. Ich bin jetzt nicht so der, der großartig am Wochenende ausgeht. Ja, klar, ich würde mal wieder gerne beim Italiener oder so essen gehen, aber dann bestelle ich es mir halt nach Hause und hole es ab dann. Und ansonsten komme ich endlich mal dazu, eine Menge Serienkran aufzuholen. Und das Forever Nerd Girl und ich sind ja auch regelmäßig live. Das heißt also, verfolgt mal unsere Social Media Kanäle. Da findet ihr immer die neuen Termine für unsere Reihe Ich zeig dir meins, zeig du mir deins. Und das war schon wieder falsch, weil ich den Titel, den ich mir selbst ausgedacht habe, nie merken kann. Zeig mir deins, ich zeig dir meins. Da sind wir schon in der sechsten Ausgabe, die siebte kommt demnächst. Und da zeigen, dass Forever Nerd Girl und ich uns immer gegenseitig filme, von denen wir glauben, dass der andere sie mal gesehen haben muss. Und da sind ganz interessante Sachen dabei. In der letzten Folge haben wir jetzt mal besprochen Enemy Mine, Your Name und das Kabinett des Dr. Parnassus. Da sind aber auch so Sachen dabei, wie die Reise zum Mittelpunkt der Erde oder Pushing Daisies. Das sind kleine kurze Folgen, immer so eine halbe, dreiviertel Stunde, hört doch mal rein. Und da gehen wir auch regelmäßig live. Und ab und zu versuchen wir es jetzt auch mal in Vorbereitung einer weiteren Ankündigung. Jetzt nämlich auch öfters mal in einem Livestream auf Facebook und Instagram und demnächst auch auf Twitch. Denn die Nerdizisten werden nicht nur die Streamingbox auf der Comic-Con bespielen, sofern dann endlich mal wieder eine stattfindet. Nein, wir werden auch die Streamingbooks der virtuellen Comic-Con bespielen. Das heißt, am 3. Mai wird es eine Online-Comic-Con geben. Und bei dieser Online-Comic-Con werden wir auch wieder Teil der Panel sein. Das heißt, wir werden Interviews mit Stars führen, die uns dann wieder zugeführt werden von der Comic-Con. Und 3 haben wir jetzt schon. Und unter anderem ist da auch ein Walking Dead-Schauspieler dabei. Welcher das ist, das erfahrt ihr dann auf unseren Social-Media-Kanälen. Ich kann schon mal so viel sagen. Es ist einer von den etwas Bekannteren. So, das also an dieser Stelle das Vorgeplänkel. Und jetzt ist es mir eine ganz besondere Ehre und auch ein großes Dank an dich, Andreas, dass du eine Aufgabe nimmst, die normalerweise mir zu teilen wird. Weil mir als Online-Marketeer uns brummt gerade die Bude sowas von weg im positiven Sinne. Weil sie jetzt gerade merken, hoch online könnten wir ja ein bisschen Geschäft abholen. Und deswegen komme ich nicht dazu, Recaps zu schreiben. Aber du hast das Gott sei Dank heute für mich übernommen und die vier Folgen mal zusammengefasst. Und deswegen, Herr Kapellmeister, bitteschön. Herrlich. Also ich habe mir auch vor allen Dingen bei dir natürlich abgeguckt, wie man das richtig macht. Weil du das in den letzten Folgen so perfekt gemacht hast. Das ist so schön mit einem minimalen Zynismus, aber doch relativ durchführend quasi, uns die Recaps zu präsentieren. Wunderbar, was du so minimalen Zynismus nennst. Ja, stopp. Bei Walking Dead bin ich wirklich sehr zurückhaltend. Ja, ist es besser als bei Kika. Im Gegensatz zu anderen Serien, ja. Ich wollte jetzt den Namen gar nicht aussprechen. Das hätten wir auch nicht tun. Welche anderen Serien meinst du denn? Gibt es noch andere Serien? Äh, nein. Es gibt überhaupt keine anderen Serien mehr. Es gibt nur noch Walking Dead. Und das freut mich total, denn wir haben jetzt vier Folgen vor uns. Und ich würde sofort anfangen mit Folge 12, aber ich habe mir wirklich die Titel nicht aufgeschrieben. Was war denn Folge 12 nochmal? Habt ihr den Titel gerade parat? Ja, wir haben, also die Titel, die nacheinander sind, Folge 12 ist Walk With Us. Da kann ich leider nicht auf Deutsch sagen. Äh, Folge 13 ist What Do We Become. Folge 14 ist Look At The Flowers. Und Folge 15 The Tower. Ja, perfekt. Sehr gut. Also dann fangen wir an mit diesem Walk With Us. Folge 12. Die Schlacht in Hilltop tobt. Blöd, dass da alles aus Holz ist und Beta offensichtlich diese Idee mit den Harzbomben hatte. Denn schon bald wird dadurch klar, es wird hier nicht viel übrig bleiben, für das es sich zu kämpfen lohnt. Unsere Kern-Hilltopis können aber zumindest fliehen. Und am nächsten Morgen sehen wir dann Alpha, Beta und Negan auf dem Schlachtfeld aufräumen. Beta gibt Negan relativ schnell so einen Akquiseauftrag, besorgt uns noch ein paar Beißer, der haben wir jetzt eher einige verloren. Negan, der Beta ununterbrochen mit Schimpfwörtern bedeckt, stellt sich dabei allerdings nicht besonders gut an. Und im Endeffekt scheint ihm die Aufgabe auch nicht hundertprozentig wichtig zu sein. Das wird spätestens da klar, als Negan auf Aron trifft und ihm sofort erklären will, dass er immer noch im Team Alexandria Hilltop Oceanside spielt. Aron glaubt ihm das aber so mittel und Negan nutzt dann auch einen guten Beißer-Moment, um sich wieder in die Büsche zu schlagen. Nur um dann wiederum auf die schwer angeschlagene Lydia zu treffen. Währenddessen gibt es dann doch wieder einen Hoffnungsschimmer für Yumiko. Sie findet nämlich Magna in der Horde wieder, die bei der Höhlen-Action der letzten Folge von Conny getrennt worden ist. Magna hat sich aber verändert. Vielleicht will sie jetzt sogar mit Yumiko Schluss machen. Man weiß das nicht genau. Dieses Gespräch ist ein bisschen diffus. Die ist darüber allerdings äußerst frustriert und lässt ihre Frustration komplett an Carols Gesicht aus. Eugene öffnet sich Carol. Hatten wir eigentlich irgendwann schon mal ein Gespräch zwischen den beiden? Ich weiß es nicht. Und erzählt ihr von Stephanie und dem geplanten Treffen. Und Carol sagt, gut, mach mal. Vielleicht gibt es auch gar keinen Grund mehr, Eugene über den Verrat Hilltops böse zu sein. Denn Hilltop gibt es ja jetzt gar nicht mehr. Zwischendurch. Was ist eigentlich mit den Kindern passiert? Die sind von Ezekiel und zwischendurch auch Daryl final an Earl übergeben worden, der sich mit ihnen in einer Waldhütte versteckt. Blöd nur, dass Earl gebissen worden ist. Und so bleibt es an Miss Judith Grimes, die Kinder zu beschützen und sich nicht zu Earl Snacks zu machen. Obwohl auch Earl zuvor versucht, sich selbst mit einem Tischbein im Kopf zu töten. Mary, Mary, wer ist denn eigentlich Mary? Die ehemalige neue Gamma, die in Alexandria gefangen genommen worden ist und dann nach Hilltop gebracht worden ist, ist jetzt mit Alden, Kelly und der Babynichte von Mary auf der Flucht. Sie zeigt dann auch, dass man sich wirklich auf sie verlassen kann, indem sie ihre drei Begleiter vor Zombies rettet, nur um dann von Alpha filetiert zu werden. Alden ist ein extrem guter Bogenschütze und nutzt dann seine Fähigkeiten leider nicht, um Alpha zu töten, sondern nur, um das Leiden von Gamma schnell zu beenden, von Mary. Wir erfahren auch noch kurz, dass Alpha offensichtlich ein Celebrity ist, denn als Mary ihm kurz die Maske halb zerreißt, dreht ein Whisperer in der Nähe völlig frei, weil er Alpha erkennt. Wir kommen noch zum Höhepunkt der Folge. Eine Collage aus Szenen in einer Hütte, in der Lydia festgekettet ist und vor einer Hütte, in der Alpha und Negan miteinander reden. Und Negan Alpha sagt, dass Lydia in der Hütte ist. Nett gemacht, es ist eine andere Hütte und Negan nutzt die Verwirrung, um Alpha die Kehle aufzuschneiden und den Kopf abzutrennen. Den übergibt er dann final an Carol, denn wir erfahren, dass es die ganze Zeit ein abgekartetes Spiel war. Negan war der Dante, den Carol den Whisperern untergejubelt hat. Und es hat ihr tatsächlich noch zu lange gedauert. Folge 13. Das war Michons Solo-Mission und vielleicht ihre letzte Solo-Mission, dazu später mehr wahrscheinlich. Die Folge beginnt mit einem Blick in eine alternative Realität, in der Michonne damals Andrea nicht vor den Walkern rettet, sondern mit ihren beiden Beißer-Begleitern einfach weiterzieht. In der Gegenwart kommt sie mit Virgil auf seine Heimatinsel, Virgil Island, Entschuldigung, auf der er ihr Waffen für den Kampf gegen Whisperer versprochen hatte, an. Aber schnell wird klar, dass mit Virgil irgendwas nicht stimmt. Und Michonne findet dann auch schnell raus, die Familie, von der er die ganze Zeit geredet hat, ist bereits Beißerisiert. Und Michonne soll die Beißer jetzt töten, damit er sie beerdigen kann. Gesagt, getan, fast gestorben und dann doch den Job erledigt, will Virgil Michonne immer noch nichts sagen, wo die Munition ist. Stattdessen soll sie über Nacht bleiben. Michonne willigt ein, schleicht aber nachts trotzdem los, um selbst nach den Waffen zu suchen. Sie hört dann Stimmen, wird aber von Virgil entdeckt und ohne ihr Katana eingesperrt. Wie sie bemerkt, ebenso wie drei andere Leute, ehemalige Arbeitskollegen von Virgil. Das war offenbar früher eine ganz nette Überlebendengruppe, bis Virgil durchgedreht ist, seine Familie indirekt ermordet hat, indem er sie mit Zombies eingesperrt hat und die Kollegen in das Labor gesperrt hat. Immerhin versorgt er sie mit Essen. Das Problem am Essen, das Essen ist mit Drogen versetzt. Michonne bekommt also irgendwelche Paras, träumt von Siddiq und dann tatsächlich von dieser alternativen Realität, die wir am Anfang gesehen haben. In dieser plündert sie dann Andreas Leichnam, wird dann später als Anhalterin von Daryl ignoriert und von Negan und seinen Saviors aufgenommen. So landet sie dann sogar als Negans rechte Hand im Eenie-Meenie-Mo-Kreis und darf irgendeinen Alexandriner mit Lucille töten, bevor Daryl sie später mit Pfeilen erwischt und Rick ihr in den Kopf schießt. Als sie Drogen nachlassen, gelingt es Michonne dann, Virgil zu überwältigen und mit den Kollegen an den Strand zu flüchten, aber dumm gelaufen, das Boot brennt. Also gehen sie zurück und Michonne vergibt Virgil einfach wieder, weil sie barmherzig sein will. Im Schrank findet sie dann ihr Katana und, what the fuck, auch Rick's Stiefel. Die wurden offenbar mit einem Boot angeschwemmt, auf dem sich auch noch andere Andenken befinden, neue Hoffnung also. Und mit diesem Boot geht es dann auch aufs Festland. Virgil bleibt da, um seiner Frau immer wieder Blumen zu pflücken. Und auf dem Boot bekommt Michonne Funkverbindung zu Judith und RJ. Judith beruhigt Michonne wegen Alpha und schickt sie mit ein paar Grüßen auf die Suche nach Papa Rick. Das macht Michonne dann auch, besorgt sich sogar kurzzeitig wieder Zombie-Begleiter. Dann trifft sie aber auf ein Paar, das ihre Hilfe braucht. Und wozu? Um einer riesigen und offenbar gut organisierten Karawane zu folgen. Michonne killt also ihre Walker wieder und schleppt den verletzten Mann mit der Frau auf die Karawane zu. Und das war es erstmal mit Michonne. Wir gehen zu Folge 14. Wie heißt die nochmal? Habe ich jetzt wieder vergessen. Look at the Flowers, ne? Das war genau die. Indeed. Ja, wir begeben uns also da wieder zurück nach Alpha Will. An der Grenze spießt Carol den Kopf von Alpha im Beisein von Negan auf. Es war die ganze Zeit Carols Plan, die, wie wir hier erfahren haben, Negan dafür auch aus der Zelle gelassen hat. Es ging aber alles ein bisschen zu langsam, weswegen sie Negan jetzt nicht triumphal zurück nach Alexandria bringt, sondern ihn erstmal an der Grenze stehen lässt. Sie muss jetzt nämlich allein sein. Als Beta und zwei Red Shirts dann zum Fall kommen, nennt einer der Dudes Beta sofort 9 Alpha. Das gefällt Beta gar nicht, weswegen er den Alpha-Schädel an dem Dude knabbern lässt. Der andere läuft dabei entsetzt weg. Ich frage mich ja sowieso, warum man überhaupt bei dem bleibt. Aber dazu bestimmt können wir nochmal drüber diskutieren. Beta nimmt Alpha's Schädel wie ein Baby in den Arm, wickelt ihn ein und läuft damit los ins nächste Dorf, wo er seinen Begleiter endgültig den Walkern schenkt. Dann zieht er sich in sein Quartier, das Hinterzimmer einer Bar zurück. Wir erfahren dort, dass Beta offenbar ein Country-Musiker namens Half Moon war. Standesgemäß zerlegt er deswegen auch sein Hotelzimmer, dreht die Mucke auf, tötet Alphas Kopf endgültig, bastelt sich aus ihrem Gesicht eine neue Maske und führt die durch die Musik angelockte Walker-Herde an. Vermutlich nach Alexandria, das wird nachher noch bestätigt. Die Hilltopper treffen sich in einem Safehouse. Zeit für Eugene, jetzt endlich in einer flammenden Rede von seinem möglichen Treffen mit Stephanie zu erzählen. Und Ezekiel rettet dann auch den Tag, spricht Eugene sein Vertrauen aus und bricht dann mit ihm gemeinsam und mit Yumiko auf, um Stephanie zu suchen. Das Problem, Ezekiel ist überhaupt nicht fit und stirbt zwischendurch fast, weil er sich wegen seiner Krebserkrankung kaum noch gegen ein paar Zombies wehren kann. Als dann auch noch sein Pferd stirbt, bricht der Theaterkönig und ehemaliger Zoo-Wärter, das müssen wir uns da nochmal im Hinterkopf halten, fast zusammen. Aber Yumiko motiviert ihn weiterzugehen. Sie kommen also in eine große Stadt, offenbar Pittsburgh, wo es menschenleer ist. Es gibt auch wenige Walker und wenn, dann sind sie in absurden Alltagssituationen irgendwie arrangiert. Und Ezekiel findet besonders eine Verkehrskontrolle extrem witzig und lacht sich quasi kaputt. Und schließlich treffen sie dann auch noch auf die Künstlerin, die das alles arrangiert haben, eine kleine, ausgeflickte, pink gekleidete Frau mit einem automatischen Gewehr, die sie mit Oh mein Gott, Hi! begrüßt. Schließlich sehen wir auch noch Carol, die auf ihrer Reflexionsreise von Visionen von Alpha gequält wird. Die zählt ja alle Leute auf, die sie irgendwann mal gekillt hat und warnt sie davor, dass auch Daryl irgendwann sterben wird. Und Carol stellt sich dann besonders doof an, indem sie in einer verrotteten Hütte irgendwas looten möchte und bricht mit der Hütte zusammen. Kurz bevor ein Walker sie fressen kann, kugelt sie ihren Arm aus und kann sich dadurch befreien, den Walker töten und wieder nach Alexandria zurückkehren. Jetzt ohne Vision. Und was macht eigentlich Nigen in der Zeit? Nigen ist zwischenzeitlich zur Hütte gelaufen, in der Lydia versteckt hat, die sich aber befreien konnte. Das hatten wir ja gesehen. Deswegen findet er dort nur Daryl. Der glaubt ihm natürlich nichts und lässt ihn mit erhobenen Händen zum Pfahl laufen. Wir erinnern uns, da war der Alpha-Kopf nicht mehr. Ärgerlich für Nigen. Aber dann kommen so ein paar Randos an und küren Nigen zum neuen Alpha. Der nutzt die Situation kurz aus, zwingt Daryl vor sich auf die Knie und lässt sich von einem Rando eine Pumpgun geben. Aber er schießt nicht Daryl, sondern den Rando und tötet schließlich auch den anderen. Damit beweist er auch Daryl, dass er jetzt wieder im Team Alexandria spielt und die beiden haben einen schönen, passiv-aggressiven Sit-In mit Wasser auf einem Baumstamm, bei dem Nigen beichtet, dass es auch ganz nett war, bei den Whisperern wieder jemand zu sein. Problem, der Whisperer ist nur, sie töten Kinder und das ist für Nigen ziemlich uncool. Für uns ja auch. Hoffentlich. Die letzte Folge, The Tower. Ezekiel, Eugene und Yumiko lernen mit die Prinzessin Juanita Sanchez näher kennen. Die Prinzessin ist wegen ihrer langen Einsamkeit nicht ganz knusper, redet noch mehr als Nigen und schafft es auch relativ geschickt, mit gezieltem Dauerfeuer auf ein paar Walker die Pferde unseres Trios komplett zu verscheuchen. Als Wiedergutmachung will sie ihnen fahrbare Untersätze besorgen, führt sie dabei durch ein Minenfeld mitten in Pittsburgh, bis es Eugene reicht und er sie zur Rede stellt. Dann gesteht sie nochmal ihre Einsamkeit, führt sie dann endgültig wirklich zu einer Garage, wo allerdings Fahrräder und nicht wie oft Autos drin sind und wird von der vorher extrem skeptischen Yumiko aufgenommen. Wahrscheinlich sehen wir also in der nächsten Folge vier Radfahrer auf dem Weg nach Alexandria. Ich freue mich drauf. Fast der ganze Rest unserer Besatzung hat sich in der Zwischenzeit in einem alten Krankenhaus verschanzt. Da hält die letzte verbliebene Katze zwar die Ratten weg, aber es ist nun auch nicht der Place to be für alle. Nigen nähert sich da irgendwie ein bisschen Lydia an, die ihm erst aus dem Weg geht und sich ihm dann einigermaßen öffnet. Wir erinnern uns, eben hat er noch ihre Mutter getötet. Luke soll ein Funkgerät bauen, weil ja Eugene jetzt weg ist. Dafür braucht er aber noch Teile und deswegen schickt er Carol und Kelly los, um diese zu besorgen. Carol nutzt die Gelegenheit, sich bei Kelly für den Quatsch an den Höhlen zu entschuldigen, wo ja mutmaßlich Kellys Schwester Connie draufgegangen ist. Kelly will aber gar keine Entschuldigung, sondern ermutigt Carol sogar noch weiter der Lone Wolf zu sein, der komische Sachen macht. Im Wald indes versucht Daryl vergeblich Michonne per Funk zu erreichen, dann trifft er auf Judith, die von ihm das Scouten lernen will. Und die beiden treffen dann auf eine Whispererfrau, die aber nicht mehr viel weiß, also sie weiß eigentlich nur, dass Alpha offenbar nach Oceanside unterwegs ist, was auch nicht so richtig stimmt. Zum Ärger von Judith tötet Daryl danach die Frau. Judith gibt Daryl jetzt auch endlich die Info, dass Michonne auf der Suche nach Rick ist und gibt zu, ihm das nicht verraten zu haben, weil sie Angst hat, dass er hinterherläuft. Und Beta führt seine Horde währenddessen erst nach Alexandria, da stehen die Tore offen und vermeintlich ist da auch niemand. Wir sehen natürlich, dass Alden und Aaron da sind, aber er findet niemanden. Dann führt er die Horde nach Oceanside, da ist auch niemand. Und dann sieht er aber die Katze und dann ahnt er, wohin er gehen muss und offenbar hört er auch irgendwelche Stimmen im Kopf, die ihm das verraten. Also läuft er mit seiner riesigen Horde zum Krankenhaus. Alden und Aaron werden aber leider, während sie versuchen, ihn die ganze Zeit zu verfolgen, erwischt und umstellt. Es sieht also kurz vor dem Finale ganz schlecht für unsere Helden aus. Bravo, vielen Dank. Ich danke dir vielmals für diese wundervolle Zusammenfassung von vier Folgen. Ich hätte es nicht besser machen können. Ich bin, weiß ich nicht. Ich bin, naja, we fix it in post. Und ich bin interessant, dass du zwei, drei Dinge gesehen hast, die ich so gar nicht mitgekriegt habe, beziehungsweise irgendwie anders gesehen habe. Aber dazu können wir gleich im Cast nochmal ein bisschen was sagen. Wir haben ja die Situation, dass wir jetzt, und das weiß glaube ich noch nicht mehr, Michael, du weißt sowas immer. Wie lange, gibt es denn irgendein Datum, ab wann wir das Ende ungefähr erwarten dürfen? Äh, later in 2020, sagt der Trailer. Also, die sind sich noch nicht sicher. Das Problem ist einfach, dass eine Serie, die über eine missglückte Pandemie ist, jetzt von einer Pandemie aufgehalten wird und nicht fertig gemacht werden kann. Ähm, was etwas kurios ist. Und ich glaube, die hatten Probleme jetzt mit der Post-Production fertig zu werden, was vielleicht dann doch auf den, ja, auf die Tragweite des Finales hinweisen könnte. Aber ein konkretes Datum hat wirklich noch keiner. Es gibt einen Trailer und es gibt einen kurzen Clip mit über einem überraschenden Charakter drin. Aber das war auch alles, was wir bisher wissen. Okay. Das klingt interessant. Ein überraschender Charakter. Jetzt habe ich schon wieder Lust, diesen Clip zu sehen. Ja, es kehrt jemand zurück. Okay. Verrate es uns nicht, sonst würden wir vielleicht unsere Spekulationen jetzt in eine Richtung gehen, die vielleicht richtig ist, weil der Charakter dann auch vorkommt. Aber dann hätten wir den Spaß ja nicht darüber zu rätseln. Auch wenn natürlich, sobald ich hier fertig bin, mir diesen Clip angucken werde. Ja, ich auch. Ja, ich überlege gerade, wo wir anfangen. Ich habe im Zuge der, ich habe mir auch einige Shownotes gemacht und habe natürlich jetzt auch ein bisschen mehr Zeit gehabt, mal so quer durch die Kritikerlandschaft zu schauen, wie so die Stimmungen sind. Normalerweise komme ich da eigentlich gar nicht dazu, weil wir ja selber noch unsere Folge aufzeichnen, bis die anderen Reviews alle so draußen sind. Und da ist mir aber dieses Mal aufgefallen, dass die Meinungen vor allem über Folge 15 sehr auseinander gehen. Auch Princess wird sehr kontrovers diskutiert und natürlich auch der Elefant im Raum Nigen tötet Alpha. Irgendwie etwas, vielleicht bleiben wir einfach mal bei dem, weil es natürlich das größte Thema ist und dann können wir uns von dem Großen dann auf die kleineren Nebenkriegsschauplätze dann nochmal runterhangeln. Irgendwie etwas, das nach dem ganzen Bohai zwei Jahre lang irgendwie kurz war, oder? Ja, es war schon sehr. Zwei Jahre haben wir jetzt die Whisperer hinter uns. Es war etwas antiklimaktisch, sagen wir mal so. Ähm, das ist, ja, es ist vielleicht auch die Bedeutung von Alpha in dem Ganzen, die das widerspiegelt. Weil klar war sie jemand, der ihre eigene Horde quasi im Griff hatte, aber wir haben ja immer mal wieder gesehen, wie es einfach bei ihr bröckelt. Und ganz persönlich habe ich das Gefühl, ohne jetzt die schauspielerische Leistung, also der Darstellerin zu kritisieren oder so, aber vom Charakter her hat mir Alpha nie so gefallen. Da fand ich Beta durchaus interessanter, weil es hatten wir ja schon in den letzten Episoden irgendwann besprochen. Ich fand das schön an den Whisperern, dass die erst so mysteriös sind und dass man nicht wusste, was die machen. Und je mehr man von denen erfahren hat, desto uninteressanter waren die. Und Beta ist noch so ein bisschen das Mysterium, was übergeblieben ist. Ähm, vor allen Dingen, weil der ja auch klinisch verrückt ist. Deshalb finde ich den den viel spannenderen Oberbösewicht als Alpha, die eher von rationalen Gefühlen getrieben war. Okay, rationale Gefühle, das sehe ich gar nicht an der Stelle. Ich habe irgendwie das, also ansonsten stimme ich denen nämlich zu. Ich finde, dass die Whisperer tatsächlich ein relativ uninteressanter Gegner sind, in dem Moment, wo man sie ein bisschen näher kennt. Weil ich mich die ganze Zeit frage, warum sollte irgendwer bei diesen beiden Irren mitmachen? Weil irgendwie, das habe ich mich vor allen Dingen an dieser Stelle halt, wie ich es eben auch schon mal gesagt habe, gefragt. Ähm, als Beta tatsächlich diesen Typen in Alpha reindrückt. Okay, ich fand Alpha schon irre. Beta ist tatsächlich noch ein Stück irre. Aber warum bleibt dieser Typ dann bei Beta? Also ich kann überhaupt nicht verstehen, warum irgendwer bei diesen Whisperern mitmachen würde. Ja, das ist so ein bisschen dieser Sekten-Effekt, wo die da mit reingezogen sind. Einmal drin und du kommst nie wieder raus. Aber vielleicht sage ich nochmal, warum Alpha für mich rationaler, relativ gesehen ist. Weil sie durchaus nachvollziehbare Gefühle hatte gegenüber ihrer Tochter, gegenüber ihrer Weltansicht, wie sie das verteidigen möchte. Und dass sie einerseits sich an anderen rächen möchte, andererseits ihren Status als Alpha behalten wollen möchte. Und sie ist emotional rational. Und Beta ist emotional total irrational, weil der überhaupt total unberechenbar ist. Ja, okay, sie ist ein bisschen berechenbarer tatsächlich, genau. Ich meine, sie ist in ihrer Wahnwelt konsistent, sagen wir es mal so. Genau, genau. Ja, genau, okay, stimmt. Aber den Punkt, den du angesprochen hast, Andreas, hatten wir auch. Also das ist so ein bisschen wie so, ich habe es glaube ich in einem Cast verglichen wie die Borg. Je mehr man davor weiß, umso uninteressanter wurden die für mich. Und hier ist es genau so. Das ist so als, mit dieser Herde ist das irgendwie natürlich erstmal in diesem Universum eine enorme Bedrohung. Aber solange es eine seelenlose Masse ist, die halt über dich hinweg wabert, nur dummerweise jetzt halt von einem Willen gesteuert, der meiner Meinung nach eigentlich gar nicht groß hätte in Erscheinung treten müssen, dann ist das bedrohlich. Aber sobald ich halt eben weiß, dass die da Altführerin haben, die auch nur einen an der Klatsche hat und sich innerhalb, dann sicher mal die Führungsmanagementfähigkeiten jetzt nicht gerade so sonderlich ausgeprägt sind, kamen mir exakt die gleichen Gedanken. Wer bleibt denn da? Und vor allem, wer bleibt da, wenn er doch das positiv gesehen hat? Ja, also als sie da alle vor Hilltop stehen und so weiter. Ja, und vor allem jetzt da Alpha tot ist, müssten die eigentlich sehen, Alpha war jemand, der hatte eine eiserne Faust, die hat das alles schon irgendwie zusammengehalten und wir konnten auch das nachvollziehen, weil sie einfach so ein typischer Bösewicht war. Aber da hattest du auch in deinem Recap vollkommen recht, wieso sollten die jetzt bei Beta sein, wenn die schon gesehen haben, wie bekloppt und irrational der eigentlich ist, aus Angst oder weil die einfach nichts anderes haben, wo sie hingehen können. Oder, wie der eine schon gesagt hat, einer von den Whisperern, der wollte ja nicht von Daryl getötet werden, weil das für ihn unnatürlich ist und er als Walker weitergehen möchte. Ja, das habe ich mich an verschiedenen Stellen gefragt, aber ansonsten, um nochmal zu deiner Ursprungsfrage zurückzukommen, Chris. Ich fand eigentlich das deswegen ganz gut, dass jetzt irgendwie ein Schlussstrich unter die Whisperer, zumindest unter Alpha, gezogen worden ist, weil ich finde, sie hätten das jetzt auch ewig weiterziehen können, so wie es mit Negan weitergezogen worden ist. Und da hatte ich ein bisschen Angst vor, ehrlich gesagt, weil The Walking Dead das gerne macht. Und da fand ich es ganz schön, dass sie jetzt relativ schnell diesen Schlussstrich gezogen haben und es ja wahrscheinlich dann auch mit dem Finale komplett vorbei ist mit den Whisperern. Weil, also entweder, also eigentlich muss, eigentlich muss ja Beta sterben. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Davon gehe ich aus. Ich gehe davon aus, dass wir einen Kampf haben, Negan Team Daryl versus Beta. Ja, wahrscheinlich. Über diesen Kampf sich dann Negan und Daryl so wieder Bromance-mäßig so aneinander annähern. Das spielen wir dann in der nächsten Staffel durch. Und am Ende nächster Staffel sind die dann Big Buddies. Dann hat dann der Daryl dem Negan alles verziehen. Ich fände das kacke, wenn das so wäre, aber es wird so kommen, weil es hat sich, glaube ich, du hast es vorhin über einem Wasser, haben sie sich schon angenähert, das wird so kommen. Weil einer allein kann nämlich Beta nicht besiegen. Und ich glaube ja, also jetzt im Finale wird eigentlich das stattfinden, was, glaube ich, in den Comics wirklich der Whisperer War genannt wird. Und wo sie, soweit ich weiß, einen ganzen Band drüber hatten. Aber wahrscheinlich haben sie einfach nicht das Budget, über mehrere Episoden das zu strecken. Und deshalb findet es ja auch nicht in Alexandria statt, sondern vor einem verlassenen Krankenhaus. Dass wie aus dem Nichts plötzlich aufgetaucht ist. Ja, also irgendwie hat man das Gefühl, dass vor dieser letzten Episode irgendwie eine halbe Stunde fehlt, oder? Ja. Also wie sind die denn in dieses Krankenhaus gekommen? Warum wissen sie überhaupt, dass Beta anrückt? Woher wissen sie das eigentlich? Warum sind die alle weg? Wer hat ihnen das denn gesagt? Da habe ich mich so gefragt. Woher wissen die das jetzt über Alden und Aaron? Waren die also praktisch die ganze Zeit schon Spione? Haben die die gewarnt? Aber warum zeigt man mir es dann nicht? Warum muss ich das wieder annehmen? Ja, das ist total schade. Ich gehe stark davon aus, weil in der Folge davor, ich meine, Daryl hat ja erfahren, was mit Alpha passiert ist. Und entsprechend gehen die ganz stark davon aus, dass jetzt die Rache der Whisperer kommt. Und die sich entsprechend vorbereiten. Dass man es nicht gezeigt hat, ist das große Problem. Ja, ja. Bleiben wir nochmal ein bisschen beim Niegen tötet Alpha. Da möchte ich noch nicht so schnell drüber weg, weil es ja jetzt dann, wie gesagt, ich habe es gerade eben schon gesagt, zwei Jahre hatten wir jetzt Alpha an der Backe. Und dafür ging es mir ehrlich gesagt ein bisschen, Michael, du hast es meiner Meinung nach völlig richtig gesagt, antiklimaktisch vor. Ich überlege die ganze Zeit, während ich die Folge geguckt habe und ich habe danach nochmal durchgesappt, habe mich so überlegt, ob der das Gespräch, das Niegen mit Alpha hat, ob er das ernst meint, also ob er wirklich nochmal ein letztes Mal versucht, sie irgendwie auf einen friedlicheren Weg zu bringen. Würde ich gerne mal eure Meinung dazu hören. Und das zweite ist irgendwie, das hatte mich so, ja, wie soll ich sagen, ja, der, 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 das kam, ich weiß halt nicht, ob dieser Tod von Alpha, so wie er jetzt inszeniert wurde, für irgendjemand überraschen kam. Ja, mit Comicwissen hin oder her. War das irgendwie für irgendjemand überraschend inszeniert? Das war doch irgendwie relativ fad. Das war doch, das war so diese klassische, ja, wir wissen alle, dass Lydia nicht in dieser Hütte ist, Inszenierung. Wir hatten es ja auch in den letzten Episoden schon gesagt, eigentlich hat die Serie vom Storytelling her uns ja einen großen Konflikt zwischen Carol und Alpha aufgebaut. Und wir haben spekuliert, dass vielleicht anders im Comic, dass zwischen den beiden der große Showdown stattfindet. Dann haben sie sich aber trotzdem wieder an den Comic gehalten und der Showdown zwischen Alpha und Carol findet dann nur in Carols Kopf statt. Vielleicht haben sie sich nicht ganz getraut, eigene Wege da zu gehen. Ich werde aus der Figur Negan nicht so richtig schlau, ehrlich gesagt. Ich wusste auch, dass Negan im Comic Alpha tötet, fand jetzt tatsächlich die Szene, die du angesprochen hast, nicht so richtig schlecht inszeniert. Also ich habe das nicht hundertprozentig kommen sehen, auch wenn das natürlich eine viel benutzte Szene ist, dass man irgendwie zwei Hütten hat. Aber ich bin nicht so richtig schlau geworden aus dem, was Negan dann wirklich bei den Whisperers gemacht hat. Also ob er einfach so ein extrem guter Spion ist, der da so sehr, sehr stark den Whisperer-Versteher gespielt hat, der ja sogar mit Alpha Sex hatte, was so richtig widerlich war. Aber das, keine Ahnung, also ich habe es nicht so richtig, ich verstehe nicht so richtig, was Negans Motivation ist. Ich mag die Figur jetzt viel lieber, wo er sich so versucht, ein bisschen anzunähern. Aber bei den Whisperers wiederum habe ich ihn überhaupt nicht verstanden. Das ist irgendwie komisch. Naja, ich habe nicht ganz... Er ist ein bisschen zwiegespalten. Ja, ja. Sagt er ja selber auch. Entschuldigung. Nee, alles gut, alles gut. Mach, schneide ich raus. Mach, ist zwiegespalten. Die Figur Negan ist ja schon, seitdem er jetzt wieder aufgetaucht ist, als er im Gefängnis war, sehr zwiegespalten. Und das sagt er ja auch schon in der Episode 15 selber, dass er ja scheinbar eine Sympathie für Alpha entwickelt hat und sie als Person mochte, was immer das auch heißen mag. Und er hatte scheinbar wieder in so einer Hierarchie zu stecken, wo er das Potenzial hatte, das Ganze zu leiten. Und deshalb einerseits hat er die Gefühle gegenüber der Community gehabt, die er jetzt nicht ganz vergrauen will. Andererseits hat er da was Neues erlebt, was ihn vielleicht an die alten Savior-Zeiten erinnert hat. Und deshalb ist er so hin- und hergerissen und deshalb auch seine sehr nicht nachvollziehbaren Entscheidungen, die er in den letzten Episoden getroffen hat. Weil einerseits arbeitet er für Carol. Den Reveal haben wir ja gar nicht besprochen bisher, dass Carol ja diejenige ist, die Negan aus dem Gefängnis rausgelassen hat. Und das wurde ja, glaube ich, auch in Episode 12 dann offenbart und lief dann wirklich unter ferner Liefen, weil es nicht wirklich irgendwen noch interessiert hat oder so überraschend kam. Ich fand es überraschend, weil ich am Ende nicht mehr damit gerechnet habe. Aber andererseits auch wieder nicht, weil man nach der Anfahrt hätte auch direkt greifen können. Von daher, nun ja, Negan, sie versuchen, ihn als zwiegespaltenen Charakter darzustellen, was für mich auch eher bei den Zuschauern zu Verwirrung geführt hat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann euch da, also deine Frage zu beantworten, Andreas. Ich, dadurch, dass man ja jetzt weiß, dass Carol ihn angestiftet hat, kann ich natürlich seine Motivation schon verstehen, warum er das tut. Und ich kann auch verstehen, dass er sich da einschleift. Und ich bin nicht bei dir, Michael, dass er hin und her gerissen ist, überhaupt nicht. Seine Motivation ist, glaube ich, immer am Ende zu Alexandria-Hiltop zu gehören, indem er diese Tat vollbringt. Das ist, glaube ich, seine Motivation. Was ich nicht verstehe, ist, warum er dann da den Kasper macht. Weil der Kasper, so wie er ihn dann in den ersten paar Folgen gibt, ist ja eigentlich nicht darauf, also legt es jetzt ja nicht gerade wirklich daran an, hier da in dieser Gruppe Erfolg zu haben. Sondern ganz im Gegenteil, er legt sich offen mit Beta an. Und gut, es in Anführungszeichen geht jetzt gut für ihn aus, aber das war dann doch schon ein ziemliches Wabong-Spiel. Also das hätte ich jetzt ehrlich gesagt mit dem Wissen jetzt hinten raus, dass er die ganze Zeit einen Plan hatte. Ja, muss ich sagen, kann ich dieses Verhalten nicht verstehen. Seine Motivation, das zu tun, kann ich schon verstehen. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass Carol ihm Vorwürfe macht, what took you so long? Also es dauert so lange, wie es dauert. Ja, also da kann ich Carol ehrlich gesagt nicht verstehen. Und was ich auch nicht ganz verstehen kann, ist, ich meine, in dem Gespräch mit Eugene, und du hast es vorhin angedeutet, Andreas, gab es schon mal ein Gespräch zwischen Eugene und Carol. Ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht daran erinnern. Und da reflektiert sie ja eigentlich sehr genau ihre eigenen Taten, ohne dass Eugene das ja weiß. Ja, weil Eugene ja auch so sinngemäß sagt, boah, ich muss das jetzt tun, auch wenn die anderen dagegen sind. Und dann bin ich halt der Doofe, der halt vielleicht wieder in eine Falle latscht, aber ich mache das jetzt. Und sie sagt, stachelt ihn ja geradezu an und sagt, ja, mach es. Wahrscheinlich aus ihrer eigenen Warte heraus, weil sie es ja auch einfach gemacht hat und auch niemand darüber in Kenntnis gesetzt hat und es ja niemand gesagt hat, was sie da getan hat. Und ja, anscheinend auch überhaupt keine Anstalten macht, es irgendjemand zu sagen. Also entweder rutscht es Nigen raus oder der hält auch die Klappe. Ja, vielleicht ist das, vielleicht ist auch das mein Problem tatsächlich. Vielleicht ist Carol auch mein Problem. Vielleicht ist es gar nicht Nigen, weil, weil, ja, du hast schon gesagt, er stellt sich dann teilweise irgendwie Kasperisch an bei den Whisperers. Und das passt dann wiederum nicht dazu, dass er sich eigentlich einschleimen möchte. Aber Carol wird wirklich in dieser Staffel extrem dämlich gezeichnet, ununterbrochen. Also erst dann diese Drogen, diese nimmt, also diese Aufputschmittel, mit denen sie dann irgendwie wach bleiben will, keine Ahnung. Dann die Vision, diese hat, diese dämliche Aktion mit der Höhle, also die Höhle in die Luft sprengt, was ich auch überhaupt nicht verstanden habe, warum sie das gemacht hat. Aber das habt ihr ja schon besprochen. Und der Zusammenbruch dieser alten Hütte jetzt, das war auch so völlig bescheuert. Vielleicht sollte man Carol auch einmal mal wieder kompetent und konsequent schreiben. Und vielleicht war ja auch dieses Gespräch, das ihr am Ende mit, wie hieß sie nochmal, Connie, glaube ich? Nee, Kelly. Was sie mit Connie hatte. Kelly heißt die, glaube ich. Connie ist ja noch nicht da. Genau, Connie war die Schwester, genau. Vielleicht war das Gespräch mit Kelly ja so endlich mal das Ende des Story-Arcs, Carol sucht sich selbst. Weil Kelly ja quasi die Absolution gibt und sagt, ja, auch wenn du meine Schwester getötet hast, du bist eigentlich voll kompetent. Das heißt, zieh doch mal dein Ding durch und mach nicht die ganze Zeit ein Hüh und Hott und werd wahnsinnig über alles, was dir so erfährt irgendwie. Weiß ich nicht. Ich hab halt so die, ich nenne es jetzt mal Sorge, mach es aber in großer Anführungszeichen, dass Carol diese Staffel nicht überleben wird. Und dass die Geschichte irgendwie von ihr aus erzählt ist. Nein, das glaube ich nicht, weil erstens haben wir nichts drüber gehört. Und zweitens ist sie eine der wenigen bekannteren Gesichter jetzt noch in der Serie, die uns erhalten bleibt. Ich meine, sie hat mindestens für nächstes Jahr noch den Vertrag. Okay, dann ist sie nach der nächsten Staffel fällig. Oder sie haben es tatsächlich mal geschafft, ein Geheimnis zu bewahren. Nein, das glaube ich nicht. Ich auch nicht. Ist euch übrigens aufgefallen jetzt in einer ganzen Randnotiz, dass in Hilltop unglaublich viel explodiert ist? Ja, absolut. Und für mich ist auch jetzt die Frage, also Hilltop ist ja auf jeden Fall down. Diesen Ort gibt es meiner Meinung nach nicht mehr. Das ist ja komplett alles abgebrannt. Da war auch alles aus Holz. Für mich ist die Frage, ob jetzt im Prinzip alle Orte down sind. Weil ich meine, Alpha ist mit dieser Horde einmal nach Alexandria gelaufen, einmal nach Oceanside. Ich weiß auch nicht, ob diese Orte jetzt überhaupt nochmal bewohnbar sind. Ich meine, in Alexandria sind die ja nie hingekommen am Ende. Ich glaube, er hat vorher abgedreht, ja. Ah, okay. Das hatte ich anders verstanden. Ich dachte, die wären nach Oceanside gegangen und hätten danach ... Also sie wollten nach Oceanside gehen und haben dann, weil ja plötzlich in dieser Staffel alle Stimmen hören. Also fast jeder Charakter hat in dieser Staffel irgendwie einen Trip. Ja, Carol hat einen, Michonne hat einen, jetzt hat Beta auch noch einen, ja. Das verstehe ich. Und ganz ehrlich, das ist für mich das, was mich an der letzten Folge am meisten gestört hat. Was, woher, warum hört der jetzt diese Stimmen? Das, kann mir das irgendeiner erklären? Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt oder sind die jetzt einfach da? Das ist ja sowieso die Stimme. Ich meine, Rosita hat sogar auch noch einen, ne? Nee, aber bei Beta ist das doch vollkommen nachvollziehbar, weil der war ja vorher auch in der Anstalt. Und da hat ihn Alpha quasi rausgerettet. Und Alpha war dann letztendlich die Stimme der Vernunft für ihn, weil er auf Alpha stoisch gehört hat. Und jetzt, wo es Alpha nicht mehr gibt, hat er erstens, ist erstens Alphas Kopf gefolgt. Was ich sehr amüsant fand. Und dann geht er zurück in seinen Ursprungsmodus und hört wahrscheinlich wieder das, was ihn ursprünglich in die Anstalt gebracht hat. Ist das Comic-Wissen? Ich weiß, dass sie ihn in der Anstalt gefunden haben. Nein, das ist Spekulation. Nee, dass der wirklich auch vorher in einem Asylum war oder sowas? Ja, da wurde er ja gefunden. Genau, das sieht man doch, als man die Vorgeschichte von Alpha sieht. In dieser Flashback-Episode. Das ist wohl eine Anstalt, in der er ist. Das war ja auch so eine Geschichte, dass man sich ja dieser Flashbacks, ich hatte es, glaube ich, in einem der letzten Cast mal angesprochen, das war so ein Stilelement. Das hat man dann zweimal aus der Kiste rausgeholt, um es dann nie wieder zu benutzen. Das war auch so eine ein bisschen komische Geschichte, weil jetzt erzählt man ja die Backstory von Beta ganz anders, was ich nicht unscharmant finde. Und es gibt wohl auch ein Crossover zu Fear the Walking Dead, wo ein Half Moon oder wie nennt er sich? Half Moon, glaube ich, Plattencover rumliegt, wo man das Gesicht also besser erkennen kann, der dann eben aussieht wie der Schauspieler. Und ja, also da finde ich das ehrlich gesagt ganz, ganz nett, aber ich kann halt einfach nicht, mir wird nicht erzählt, warum der auf einmal Stimmen hört. Er hat vorher nie Stimmen gehört, um ehrlich zu sein, war er sogar relativ, in Anführungszeichen, im, wie nennen sie es immer, Rudel, die Stimme der Vernunft. Also er hat ja durchaus Alpha mit seinen Ratschlägen nicht schlecht beraten, das muss man ja ganz klar sagen. Weil eigentlich hat er den Verrat von Negan vorausgesagt und so weiter und so weiter. Hättest du mal lieber auf ihn gehört. Ja, aber das ist ja die ganze Sache dabei, wie ich es gerade schon meinte. Als er Alpha noch hatte, hatte er quasi einen Anker, an dem er sich festhalten konnte. Und da hat er dann auch seine, also Alpha hat die Herde aufgebaut, die Whispers aufgebaut und hat Regeln geschaffen. Und an diese Regeln konnte er sich halten. Und das weiß man ja auch bei Leuten, die etwas psychische Probleme haben. Das ist ein geregelter Tagesablauf und Regeln, für die das A und O sind, um sich nicht wieder zu verlieren in dem, was sie vorher quasi verrückt gemacht hat. Auch wenn es nicht der klinisch korrekte Begriff dafür ist. Und jetzt, wo er sie nicht mehr hatte, quasi freigesetzt wurde, hört er die Stimme wieder. Und wir haben ja nie den Fokus in dem Sinne so auf Beta gehabt. Deshalb war Beta ja immer so ein Mysterium. Der war nie so ein, aus seiner Sicht haben wir selten irgendwas erlebt. Und dann war er mehr der Antagonist, der in irgendwas reingeplatzt ist. Jetzt sehen wir in diesen Szenen, wie er ja scheinbar in sein altes Zuhause zurückkommt oder ein altes Versteck. Und wie er da rumrennt mit den Walkern, nehmen wir erst einmal seine Perspektive ein und deshalb auch seine Innensicht. Also ich muss echt sagen, würde ich so deuten. Ja, es kommen nachher auf jeden Fall noch ein paar positive Aspekte, auch der letzten Folgen. Aber Betas Geschichte war für mich wirklich ein total negativer Aspekt. Ich finde es grundsätzlich eine kluge Idee, dass man irgendwann mal einen dieser Antagonisten oder von mir aus auch Protagonisten, ist mir egal, als jemanden in der realen Welt, in der vorherigen Welt Wichtiges herstellt, darstellt. Aber dann, also ich glaube im Comic ist er auch tatsächlich ein berühmter Basketballer oder sowas. Das würde zu seiner Größe auch tatsächlich ein bisschen besser passen. Aber so ein relativ unbedeutender Countrymusiker in irgendeinem kleinen Kaff, das ist doch nun auch keine besondere Persönlichkeit. Dann macht ihn doch noch zu was Größerem, macht ihn zu irgendwie einem Gouverneur oder sowas, einem ehemaligen Politiker. Irgendwas richtig, wo ich mitfiebern kann. Aber jemand, der in der Welt irgendwie mal erkannt wird, weil er irgendwie mal eine Rolle in der Kleinstadt gespielt hat, das ist für mich dann relativ uninteressant. Und tatsächlich habe ich ja eben schon gesagt, ich kann einfach nicht verstehen, wieso diesem Typ irgendwer folgt. Und das folgen ja offensichtlich immer noch Leute, wenn ich mir so die Auflösung in der letzten Folge angucke, wo dann Orden und Aaron komplett umstellt werden von seiner Gefolgschaft. Da gibt es immer noch Leute, die diesem Typen folgen und das verstehe ich einfach nicht. Es würde eben mehr Sinn machen, wenn man das so spielt, wie du es gerade gesagt hast, wenn man ihn eben zu einem voraquakalyptischen Star macht. Ja, genau. Wo man glaubhaft sagt, wow, der hat ja eine, also so muss ich es halt, ich kann überhaupt nicht, also sagen wir es mal so, man muss natürlich jetzt auch dazu sagen, dass vielleicht uns der kulturelle Background fehlt, wie groß Countrystars in den USA sind. Das muss vielleicht mal an der Stelle mal erwähnt sein. Ich bin mir dessen selber auch mal bewusst geworden, zum Beispiel Shania Twain. Die hat ja mal hier so mit ein, zwei Hits mal, ist die ja recht bekannt geworden. Don't oppress me much. Genau. Das, diese Version, die bei uns im Radio läuft, hat mit der Version, die die Amis kennen, nichts zu tun. Nix. Die Amis kennen die Version, die wir von diesem Lied hier hören, überhaupt nicht. Die kennen nur die Country-Version davon und glaub mir, das ist Hardcore-Country. Shania Twain ist in den USA eine Dolly Parton. Das ist eine richtige Country-Tante. Was sie bei uns ja überhaupt nicht ist, sondern bei uns ist sie ein Popstar, der zwei Hits hatte und jetzt irgendwie seit 20 Jahren nichts mehr. Und sie ist noch eine gewisse Befandtheit, aber in den USA ist sie ein riesen Star, aber in der Country-Szene. Und die Country-Szene ist für die USA, das ist ja sowas wie hier der Schlager für uns. Ja, noch größer, noch größer, noch größer und allgemein. Ich meine, die USA sind ja noch größer. Ja, nee, ich meine, es ist nicht nur von den Hörern größer, sondern auch größer in der Akzeptanz. Klar ist es ein bisschen Hillbilly-Mucke, aber glaub mir, das ist wirklich, ich war da selber von überrascht und das ist nicht die einzige. Es gibt noch so zwei, drei andere bei uns, ich sag mal, bekannte Sänger und Sängerinnen, die bei uns so einen Pop-Hit hatten, weil der einfach anders abgemixt wurde in den USA, aber astreine durch und durch Country-Nummern sind und die auch nur als Country-Stars bekannt sind und da wirklich die Hallen mit zehntausenden Menschen voll machen. Wo bei uns, wenn Shania Twain kommt, die halt vielleicht irgendwie die Philips-Halle mit 5000 Leuten voll macht und that's it, macht die da ganze Baseball-Stadien mit 70.000 Leuten voll und zwar ohne Probleme. Ja, und anderes Beispiel, die Dixie-Chicks. Zum Beispiel auch die Dixie-Chicks, ja. Vielleicht, wenn man es aus diesem Hintergrund sieht, ist vielleicht so ein Country-Ding dann für den Amerikaner einfach viel, okay, war eine Riesennummer, dann kann man den Gag halt international schlecht spielen, weil wir ihn dann vielleicht nicht verstehen. Ich möchte das jetzt mal dem Writer's Room zugutehalten. Aber war das für dich so, als ob der so ein Riesenstar wäre? Nee, natürlich nicht. Mich hatte, sagen wir es mal so, ich hätte einen Riesenstar, wäre es für mich gewesen, wenn der in einem Plattenladen gewesen wäre und nicht in der Kneipe. Und in dem Plattenladen wäre eine ganze Ecke nur mit seinen Platten gewesen und CDs und ein riesiges Stand-up von ihm und Poster und so weiter. Dann hätte, so hätte ich das gespielt. Das ist vielleicht auch das Ursprungsproblem hier, dass wir einfach zu wenig, also es wird angedeutet, dass er ein großer Star war, ein großer Promi, aber wir haben bisher, was wohl auch nicht mehr kommen wird, keine Flashback-Episode und sehr wenig Hintergrund von ihm gehabt. Deshalb kann man es auch überhaupt nicht einschätzen, dass es eine Nebenszene oder dass es im Hintergrund von Fear the Walking Dead ein Cover mit ihm drauf gab und jetzt er da wieder auftaucht. Gut, das wissen die Hardcore-Fans und die Hardcore-Fans achten vielleicht da drauf und schauen extra danach, weil sie wissen, dass der auch ein Promi in den Comics war. Aber in der Serie selber erzählerisch von der ganzen Story-Struktur ist es bisher einfach nicht so rübergekommen. Deshalb sind wir wahrscheinlich auch verwirrt. Wahrscheinlich, ja. So oder so ähnliches wird es sein. Kommen wir zum zweiten großen Story-Punkt in diesen vier Folgen. Nämlich, und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen nicht, also ich wusste ja, dass es passiert, aber ich wusste nicht, dass es jetzt schon passiert. Ich habe damit gar nicht gerechnet und dachte so, hä, das war es schon. Der Abschied von mir schon. Und ich dachte ehrlich gesagt, dass die nochmal kommt innerhalb dieses Tracks, dem sie sich am Ende anschließt. Deswegen habe ich das so nebenher so irgendwie mitgenommen und schwupps, dann war die Folge zu Ende und ich so, oh. Ach so, das war es jetzt. Moment, ich muss nochmal eben kurz zurückspulen mit den letzten fünf Minuten, mit ihr nochmal angucken, um sie gerade nochmal kurz zu würdigen. Ja, eine Folge, die mich ein bisschen zwiegespalten hinterlassen hat. Auf der einen Seite mochte ich so ein bisschen dieses Spiel mit dem, wie soll ich sagen, mit dieser alternativen Zeitlinie. Das hatte durchaus seinen Reiz, auch wenn es für mich ehrlich gesagt in Michons letzter Folge völlig unangebracht war, das irgendwie so zu machen. Finde ich irgendwie, klar, man hat da nochmal gezeigt, ihr Leben hätte auch anders verlaufen können, aber mich interessiert überhaupt nicht, wie ihr Leben hätte verlaufen können. Mich hätten da ehrlich gesagt eher, ich habe mich so ein bisschen nach der klassischen alten Clipshow zurückgesehen. So ein bisschen, ja. Es war halt so eine Clipshow in einem anderen Weg. Das war mal ein Versuch, ja. Und wenn es nicht ihre letzte Folge gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, kann man machen. Aber als letzte Folge für diesen Charakter zumindest, bis er dann wahrscheinlich in den Filmen auftaucht, war dieser alternative Weg für mich ein bisschen komisch. Und dass sie so doof ist oder so, dass sie nicht, eigentlich hätte ich bei Michonne erwartet, dass sie nach dem ersten komischen Anzeichen auf Bloodworthy Island mal sofort ihr Kantana dem Virtual an den Kopf hält und nicht da erst noch ewig mit dem rumlatscht und sich so doof noch in eine Falle da locken lässt. Da habe ich die gute Michonne irgendwie nicht so ganz verstanden. Und dann können wir ja gleich nochmal über ihre Reise und ihre Suche zu Rick reden. Aber wie empfindet ihr denn den Michonne Abschied und diese eine Folge, die so völlig losgelöst war, dann auf Bloodworthy Island? Ich habe ehrlich gesagt mich erst da bei dem Rückblick der Episode daran erinnert, ach ja, die ist ja von Oceanside mit dem Typen per Boot woanders hingefahren. Also ich war völlig überrascht. Klar, Michonne war irgendwo, aber ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, wo sie war. Das hat schon mal viel gezeigt, wie organisch das Ganze sich in die Erzählweise der Serie mit eingebettet hat. Die Episode an sich, also One-Off-Episode, fand ich ganz spannend, auch wenn dieses Klischee der Abschiedsepisoden von Charakteren ein bisschen totgetreten ist, dass sie irgendwelche Visionen haben und sich an Altes erinnern oder das Altes neu aufgerollt wird, damit die letzten sechs Jahre schön rund gemacht werden oder mit so einem schönen Endkapitel hat. Ich meine, Rick hatte es ja ähnlich. Seine ganze Episode war ja auch ein einziger Mindtrip, den er hatte, bevor er dann in der Explosion der Brücke letztendlich aus der Serie ausgeschieden ist. Und das war für mich so die Parallele zu Michonne. Und ich dachte, hätte man sich ja auch was anderes denken können. Wir hatten diverse Episoden mit Halluzinationen allein in dieser Staffel drin. Und das ist so ein Trope, der wirklich ausgelatscht ist, was mich dann wieder enttäuscht hat, weil dieses Standalone-Ding hatte noch mehr Potenzial, als es letztendlich gezeigt hat. Also dieses alternative Universum fand ich auch eine sehr, sehr schöne Idee. Tatsächlich. Da würde ich sogar sagen, uneingeschränkt. Ich finde, was wäre wenn immer relativ spannend, weil das auch so diesen Moment ergibt, ja, wenn nur eine Entscheidung irgendwie in dieser Welt anders verläuft, dann begibst du dich in völlig andere Situationen. Und eventuell, und das finde ich immer eine spannende Überlegung, eventuell waren ja die Saviors tatsächlich die Guten. So, das habe ich mich damals bei dem Überfall auf die Satellitenstation mehrfach gefragt. Und das wird ja hier auch nochmal angespielt. Leute, ihr habt angefangen, uns umzubringen. Ihr habt die Satellitenstation überfallen und uns im Schlaf getötet. Das ist, im Prinzip, sind die Saviors, wenn man es aus bestimmten Perspektiven betrachtet, nicht die Bösen. Und das fand ich eine spannende Überlegung. Den Abgaben von Michonne an sich, ohne das alternative Universum mit reinzubeziehen, den fand ich sehr, sehr seltsam. Also einerseits, was ist denn das für eine Überlegung? Ich lasse meine beiden Kinder zurück, weil ich irgendeinem Phantom hinterherjage. Sie weiß doch überhaupt nicht, ob Rick noch lebt. Ich meine, sie findet da ein paar Sachen von ihm. Aber in einem Boot, was leer ist, also das kann durchaus auch einfach sein, dass er, keine Ahnung, dass da jemand seine Sachen halt gefunden hat und deswegen dieses Boot hinterlassen hat. Keine Ahnung. Also das finde ich sehr, sehr schwierig. Und ich weiß auch nicht, wem sie hinterherläuft, weil sie irgendwie keine Hinweise hat, wohin sie denn jetzt gehen soll. Oder habe ich da irgendwas übersehen? Weiß ich nicht. Das fand ich nicht so gut gelöst. Vor allen Dingen mit diesem Anruf halt bei Judith und RJ, die einfach mich schon nicht zurücklässt. So ist mich schon meiner Meinung nach nicht gezeichnet. Und das Letzte, was ich für diese Episode kritisiere, ist, wie sie gemacht worden ist. Diese Dunkelheit. Also ich weiß nicht, wie es da euch geht. Vielleicht ist das auch meine Technik. Aber die Schlacht um Hilltop fand ich schon dunkel, bis zu dem Moment, als alles anfängt zu brennen. Aber habt ihr alle OLED-Fernseher oder sowas? Oder guckt ihr das auf dem Laptop? Auf meinem relativ guten, aber nicht OLED-Fernseher habe ich so ziemlich gar nichts gesehen in dieser Episode. Ich habe das Gefühl, die Episode war zeitweise ein Hörspiel für mich. Also ich gucke da hin und ich sehe nur schwarz. Das ist irgendwie, das finde ich total ärgerlich. Das ist bei Walking Dead öfter so, dass du quasi nur schwarze Bilder hast und dazu irgendwie so ein bisschen Soundspur für mich. Aber in dieser Episode ist mir noch mal besonders aufgefallen. Alles, was in diesem Labor spielt, wo sie da eingeschlossen waren, habe ich nicht gesehen. Fand ich lustig. Ich weiß nicht, wie es euch da ging. Fand ich lustig, dass du das jetzt sagst, weil genau das hatte ich gesagt bei der Episode in der Höhle. Für mich war die Höhlen-Episode wie die Schlacht um Winterfell in Game of Thrones, wo man auch nichts gesehen hat. Weil sie entweder kein Budget hatten, um genug zu zeigen oder weil das Color-Keying am Ende dann ein bisschen übertrieben hat. In dieser Anstalt da ging es bei mir. Ich glaube, ich habe es damals auch auf dem Laptop geschaut oder war es auf dem Fernseher mit dem Skystream. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich konnte relativ gut schauen. Naja, ich habe einen OLED-Fernseher. Ja, oder um mal da Game of Thrones zu zitieren, da hat sich ja damals der Chefkameramann geäußert und hat ja gesagt, wenn ihr alle eure Glotzenkacke eingestellt habt, seid ihr selber dran schuld. Er wollte ein cineastisches Erlebnis zaubern und ihr Kriterien habt es einfach nicht zu würdigen gewusst. Naja, ich kann, Andreas, das schon gut nachvollziehen, was du so sagst. Ich habe eine kleine Aufklärungsarbeit, kann ich an einer Stelle leisten. Ich habe nämlich mal nachgeschlagen, was auf dem iPhone draufgekritzelt ist. Also nicht, dass Michonne das lesen könnte, das Japanisch. Also weiß ich nicht, ob sie Japanisch kann. Weiß jemand, ob das irgendwo mal erwähnt wird, ob sie Japanisch kann? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also auf dem iPhone ist aufgekritzelt. Die hat ein Samurai-Schwert oder so. Dann kann die auch Japanisch. Wahrscheinlich. Da steht, Rick, versuche noch etwas durchzuhalten, zu glauben, zu vertrauen. Also die Übersetzung ist da nicht ganz eindeutig. Das steht da. Rick, versuche noch etwas länger zu hoffen, schrägstrich glauben, schrägstrich vertrauen. Das ist also die Übersetzung. Und naja, ein bisschen so ein paar kleine Gags, was Japan angeht, haben sie ja nur noch. Judith nennt sich ja als Codename beim Funken Shoto. Das ist ja der Name für ein Kurzschwert. Und sie nennt sich ja Daito oder auch Katana. Das ist das Gleiche. Und der RJ sagt ja Little Brave Man. Und Judith hat ja immer von Rick als Brave Man gesprochen. Aber ich verstehe halt auch nicht, warum er im Grunde genommen Judith ja mir schon sogar auf die Suche schickt. Also das erklärt vielleicht ein bisschen dein Problem damit, Andreas, was du damit hattest, dass sie geht. Weil Judith schickt sie ja durchaus schon. Ich verstehe halt nur nicht, warum Judith sie jetzt so schickt. Also ein Kind, diese Judith ist mir einfach in manchen Punkten viel zu weise für sieben oder acht. Ja, genau. Das ist so eine Entscheidung, die trifft eine Erwachsene oder zumindest Heranreifende, der dann sagt, pass mal auf Mutter, ich kriege das hier alleine hin, kümmer du dich mal darum. Aber sieben, acht, wie alt ist die eigentlich? Acht oder neun am höchsten. Nee, so ein Kind würde nicht sagen, ja Mutter, geh ruhig, kein Problem. Nee, nee, nee. Ja und Mutter sagt nicht, hör mal, wie ist denn das mit der Bedrohung um Alpha? Und Judith sagt, ja, ja, ist schon recht. Und dann sagt Michonne, okay, cool, dann kann ich ja jetzt gehen für immer. Das passiert nicht zwischen einer Mutter und ihrem Kind. Auch wenn Judith natürlich nicht Michons Kind ist, aber zumindest RJ ist es. Ja. Also es ist irritierend, finde ich. Genau und vor allem... Vielleicht hatten die Autoren da auch ein echtes Problem, weil einfach die Schauspielerin nicht mehr weitermachen wollte beziehungsweise ihr Vertrag nicht verlängert wurde. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es im Hintergrund gelaufen ist. Sie soll ja in den Filmen mit Rick wieder auftauchen oder vielleicht sogar eigene Storys haben. Ganz egal, aber ich kann es absolut nachvollziehen. Es ist nicht sehr organisch, wie sie es eingebaut haben, aber vielleicht hatten sie gar keine andere Wahl, das so zu machen. Naja, dann hätte ich halt die Beweise für Ricks Leben stärker gemacht oder zumindest irgendwie einen stärkeren Hint. Weil Andreas hat völlig recht, ich habe auch nicht gerafft, in welche Richtung. Sie schließt sich halt diesen anderen auf dem Boot an. Aber wo fahren die denn hin? Also, hä? Das kann ja die völlig falsche Richtung sein. Also, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Als Charakter, vom Charakter her gedacht. Sie schließt sich ja eigentlich gar nicht an. Nee, sie läuft ja dann wieder zurück an Land, macht erst ein, macht fünf, zwei Sekunden lang ein auf Alte Michonne, um es dann wieder aufzugeben, die Nummer, und schließt sich dann jetzt diesem Track an, von dem wir nicht wissen, wo er hinführt. Ja, und der könnte jetzt ins Commonwealth führen, der könnte jetzt zu einer anderen Fraktion führen. Das weiß ich ja irgendwie gar nicht. Und da hätte ich mir an dieser Stelle noch einen kleinen Dialog gewünscht, um zumindest eine Ahnung zu haben, mit welcher Gruppe sie jetzt da unterwegs ist, anstatt mich jetzt drei Jahre lang im Ungewissen zu lassen, bis irgendwann mal dieser Film rauskommt. Absolut. Aber der Track, den fand ich sehr, sehr beeindruckend tatsächlich, das mal positiv hervorzuheben. Der sah sehr, sehr gut aus, sehr, sehr gut strukturiert. Ich hatte das Gefühl, da waren auch irgendwelche Wägen, die die in die Mitte da ziehen, mit richtig großen Sachen und sowas. Also, das fand ich vielversprechend. Da würde ich gerne mehr drüber sehen. Vielleicht dann ja den Film. Also, das Commonwealth wird es nicht sein, weil erstens Schauspielerin aus der Serie raus und das Commonwealth wird ja einfach der nächste Storypunkt da sein. Deshalb werden wir auch wahrscheinlich nichts von Rick im Commonwealth sehen oder vielleicht nur Hinweise zu ihm. Und Michonne wird auch ihre eigenen Wege gehen. Ich meine, es ist auch nicht hundertprozentig sicher von den Verträgen, ob die Schauspielerin überhaupt wiederkommt. Es wurde davon gesprochen, dass sie eventuell in den Rick-Filmen wieder auftauchen könnte. Es sollen ja Filme werden, nicht nur ein Film. Ich weiß. Also, wenn das jetzt das Ende von Michonne war, dann war es leider sehr unbefriedigend. Das wäre schade. Das wäre sehr schade. Ja, definitiv. Gut, dann haben wir den Michonne-Teil. Wir haben gerade schon ein bisschen über Judith gesprochen. Dann würde ich gerne mal kurz zu Judith und Daryl gehen beziehungsweise zu Judith mal ein bisschen bleiben. Ich hatte gerade eben schon gesagt, es gibt, weiß Gott, nervigere Kinder in Serien als Judith. Und sie hat es auch später ein bisschen wieder rausgeritten. Aber ich verstehe sie an manchen Stellen nicht. Ich habe gerade eben gesagt, ich verstehe nicht, dass sie Michonne losschickt. Ich verstehe auch, und das schließt sich an diese Thematik an, warum sie Daryl nicht sagt, dass Michonne was über seinen besten Freund rausgefunden hat und sich jetzt auf die Suche nach Rick begibt. Das verstehe ich nicht. Aber das sagt sie ja. Also sie sagt sie, dass Michonne jetzt Rick sucht. Er sagt sie, Rick, nö, oder? Sie sagt das in der letzten Folge. Und sie begründet auch, warum sie es ihm vorher nicht gesagt hat. Sie sagt nämlich, ich wollte nicht, dass du hinterherläufst. Stimmt, sorry. Ich habe jetzt gerade zwei Folgen durcheinander geschmissen. Du hast vollkommen recht. Sie sagt es ihm nämlich nicht gleich. Sie sagt es ihm in der letzten Folge. Du hast recht. Ja, stimmt. Genau. Aber das fand ich eigentlich ganz charakterkonform erzählt, weil sie nämlich hinter ihrer komischen Fassade von Ich bin jetzt schon das Fighter-Girl halt trotzdem irgendwie neun Jahre alt ist und deswegen halt Angst hat, dass die Leute, die sie irgendwie großgezogen haben, dass die verloren gehen. Und tut mir leid, wenn ich in dieser Gruppe wäre, dann hätte ich auch, also ich hätte Angst, dass Aaron und Daryl und Carol weggehen, weil ansonsten wüsste ich nicht, wer mich noch verteidigen kann. Als Charakter, als Figur mag ich weiterhin Judas immer noch sehr gerne und ich finde die Schauspielerin auch toll, wie sie das macht. Ich finde, sie ist momentan so ein bisschen das einzige Herz in dieser Serie. Vielleicht, vielleicht ein klein wenig Eugene und Ezekiel, Aber sie macht die einzigen für mich menschlichen Entscheidungen oder menschlichen Gedanken macht sie sich um das Ganze, um die ganzen Entscheidungen, um das Ganze, was hier überhaupt gemacht wird. Deshalb hat sie auch so ein Problem damit, dass Daryl einfach diesen Whisperer da killt und ihn im Wald liegen lässt. Sie denkt noch so, wie jemand vor dieser ganzen Apokalypse gedacht hatte und das macht sie wieder zu einem besonderen Charakter, weil alle anderen so dermaßen abgehärtet sind und so dermaßen kalt an diese ganzen Sachen rangehen, dass wir vielleicht nicht ganz die Entscheidungen von den anderen nachvollziehen können und sie nimmt so ein bisschen die Rolle des Zuschauers ein und entsprechend ist für mich, dann, ich habe es gerade schon gesagt, das Herz dieser gesamten Gruppe. Dabei ist sie ja die Einzige, die ja erst in dieser Apokalypse reingeboren wurde. Sie kennt es ja gar nicht anders. Ja, das auch wieder. Sie kennt es gar nicht anders. Ja gut, okay, also dann war das mein Fehler. Ich habe dann ja die zwei Folgen da ein bisschen im Kopf zusammengeworfen, deswegen, da hast du natürlich völlig recht, sie hat es dann ein bisschen gesagt. Ja, dann haben wir noch Daryl und Negan. Habe ich vorhin schon mal ein bisschen angerissen, denn ich bin meiner Meinung nach, werden die beiden sich gegen Tag Team, gegen Beta machen und dann ist die Frage, was wird aus der ganzen Sache? Ich würde mal gerne noch mit euch kurz über Negan sprechen und zwar innerhalb der Gruppe. Wir haben Negan innerhalb der Wiesbacher besprochen, aber was ist denn jetzt mit Negan innerhalb der Gruppe? Er freundet sich ja so ein bisschen mit dem anderen Outsider der Gruppe an, nämlich Lydia. Ja, das ist ja fast schon ein bisschen so Vater-Tochter-Beziehung, so ein bisschen, ja, die da so ein bisschen angedeutet wird. Ist das jetzt vergeben und vergessen oder? Ich glaube nicht. Also ich habe das Gefühl, dass Lydia schon recht hat, wenn sie Negan sagen, niemand mag dich hier, weil die Leute ja offensichtlich nach diesem, ich weiß nicht, wie weit der Zeitsprung war, sechs Jahre oder was, immer noch im Kopf haben, dass Negan derjenige war, der hier den großen Krieg angezettelt hat, der auch im Wald gestanden hat und zwei Leute mit, also Abraham und, wie hieß er nochmal, Glenn hier zerhauen hat. Ich glaube, das haben die Leute in Erinnerung. Und das ist ja auch richtig, dass die das in Erinnerung haben. Auf der anderen Seite finde ich, dass Negan ein interessanter und glaube ich auch recht ein Potenzial für einen guten Charakter hat. Der kann immer schon gut mit Kindern, das ist ja klar. Das war mit Carl so, das war mit Judith so und ist jetzt im Prinzip auch Mühle ja so. Ich glaube, der ist auch früherer Kindergärtner oder was? Sozialarbeiter, glaube ich. Sozialarbeiter, genau. Also ich finde ihn da eigentlich, ich finde, er hat ein Potenzial für diese Gruppe und fände es eigentlich ganz gut, wenn er in dieser Gruppe dann auch wirklich anerkannt wird. Aber trotzdem finde ich auch hier konsequent, dass die das thematisieren, dass er eben immer noch Negan ist. Und zwar der Negan, der die Saviors aufgebaut hat und den großen Krieg gegen ihn geführt hat. Also da, das finde ich eher einen positiven Aspekt. Und ich glaube auch nicht, dass, also so jedenfalls wie es aktuell in der Serie geschrieben wird, dass er quasi diese ganz klare Redemption, diese Wiedergutmachung bekommt und das komplett in der Gruppe akzeptiert wird. Die werden ihn durchaus mehr mit reinnehmen, dadurch, dass er erstens ein guter Kämpfer ist und auch wie ein Kämpfer denken kann. Aber dass es ihm komplett verziehen wird, was er damals angestellt hat, das stimmt mich positiv, dass diese Serie zu diesem Punkt vielleicht niemals kommen wird. Ja, also das wäre auch, ganz ehrlich, das würde ich der Serie auch nicht verzeihen, weil das, dafür sind noch zu viele der alten Garde dabei und man hat ja das auch mit weitererzählt und jeder wird es ja wissen. Also ich meine, wird ja jeder, selbst wenn er jetzt nicht Teil von Ricks Gruppe initial war, wird man jeder eher gefragt haben, was macht denn der Mann da im Knast und was ist da da? Und den War hat ja jeder mitgekriegt, dass natürlich dann so wie Carol oder Rosita oder so, dann da vielleicht noch ein paar eigene Rechnungen mit dem hatten, schrägstrich gehabt hätten. Das ist ja klar oder Eugene und so weiter, aber im Grunde genommen weiß ja jeder, was da Phase ist. Also von daher, das hoffe ich mal auch nicht. Ich hoffe aber auf der anderen Seite, dass es zumindest, dass er jetzt nicht so auch albern geschnitten wird, sondern dass man einfach sagt, okay, pass mal auf, wir tolerieren dich hier und that's it. Und bin ich mal gespannt. Bei dem, während wir drüber reden, fällt mir auf, dass wir in diesen vier Folgen von Gabriel überhaupt nichts gesehen haben. Kann das sein? Ja, der hing rum in diesem Safehouse, ne? Das weiß ich noch. Ja, dann mit den Kindern. Genau, und das war's dann, ne? Ja, glaub schon. Genau, okay. Aber um da nochmal kurz zu Negan zu kommen, ich denke gerade, bestimmte, wenn Leute zurückkehren in diese Gruppe und vielleicht nicht mitbekommen haben, dass Negan jetzt irgendwie auf die andere Seite gewechselt ist und sich verdient gemacht hat, dann steckt da ja auch bestimmtes Potenzial drin. Also, weil unabhängig davon, ich hab wirklich diesen Clip nicht gesehen, aber ich könnte mir ja vorstellen, dass es bestimmte Figuren gibt, die irgendwie zurückkommen könnten und dann ein ganz, ganz großes Problem mit Negan haben. Vielleicht auch, weil sie persönlich irgendwie von ihm verletzt worden sind. Dementsprechend glaube ich, dass da auch noch ein Potenzial für Stunk drin steckt, wenn Negan eben in dieser Gruppe aufgenommen wird. Wir haben ja schon in einer der letzten Episoden besprochen, wer definitiv in der nächsten Staffel zurückkommt. Und da wir jetzt hier spoilern, kann ich es auch theoretisch sagen. Dann sag es doch nochmal, wenn wir es schon besprochen hatten. Vielleicht habe ich es auch einfach nur vergessen. Maggie. Ach ja, stimmt, natürlich hatten wir schon gesagt. Und Maggie ist natürlich jemand, der Negan nicht verzeihen wird. Punkt. Absolut nicht. Ja. Aber was ich wiederum auf einer Metaperspektive super finde, ist natürlich, dass Jeffrey Dean Morgan weiter in dieser Serie mitspielt. Denn ich finde, dass dieser Schauspieler tatsächlich andere Leute höher hebt. Das habe ich ganz toll empfunden bei dem Gespräch zwischen Negan und Daryl. Chris hast ja eben gesagt, du fandst das vielleicht nicht so gut. Ich fand dieses Gespräch super, weil die beiden für mich eine super Chemie haben. Die scheinen ja auch im echten Leben irgendwie mittlerweile einigermaßen Best Buddies zu sein. Und Daryl ist halt kein guter Schauspieler. Aber er wird dadurch, dass er mit Jeffrey Dean Morgan zusammenspielt, finde ich, wird er besser. Da hast du mich missverstanden. Ich weiß noch nicht, wo es hinführt, was mich irritiert hat. Ach so, ja. Ich weiß noch nicht, okay, what's the point? Soll das irgendwie mir jetzt hier so eine Buddy-Story andeuten, die ich dann irgendwie in drei Folgen, wenn sie dann Beta besiegt haben, oder in einer Folge und dann zwei Folgen in der neuen Staffel dann kaufen muss, weißt du? Weil wir haben uns da ja mal kurz zusammengesetzt, und sonst mal ausgesprochen und ich hab dir ja das Leben gerettet, verstehst du? Das meine ich halt eben, ob da was rauskommt. Okay, du willst also nicht, dass es eine Bromance wird? Ich will nicht, dass daraus eine Bromance wird, weil die würde ich nicht mit der Historie, also einem Daryl never ever, einem Aaron, nee, nicht mal einem Aaron, der hat ja seinen Arm verloren. Also, nee, überhaupt nicht. Also, keinem, der da aktuell so mitspielt, ja. Ich glaube, Negan wird weiterhin so dieser Außenseiter bleiben. In der Rolle passt er ja auch ganz gut rein, wie wir es jetzt in der ganzen Whisperer-Storyline gesehen haben. Er kann sich super gegen andere Leute ausspielen. Und dann kommen immer wieder seine typischen Negan-Charakter-Eigenschaften, wie dieses unglaubliche, clevere, äh, clevere Zoten raushauen. Das kann der ja. Und irgendwie lustig sein, bis er dann wieder ins Ernste hinwechselt. Und wir hatten ja ganz am Anfang immer nur den Wisecracker Negan, der keine andere Dimensionalität hatte, als irgendwie klug zu scheißen und brutal zu sein. Und jetzt, das ist quasi eine Ebene, äh, eine Eigenschaft von ihm, die ihm hilft, immer erstens ein bisschen Lockerungen in die Gruppe reinzubringen, ihn aber vielleicht dann als Antagonisten immer wieder gegen andere auszuspielen. Er erinnert mich so ein bisschen an Waldorf und Stettler bei der Muppet-Show in einer Person. So am Rande des Geschehens sein und das halt die ganze Zeit kommentieren. Ja. So ein bisschen für den Zuschauer mitkommentieren, ja. Also ich würde ja gerne sehen, dass Negan tatsächlich mal auf die Prinzess trifft, was dann passiert. Also ob dann irgendwas explodiert, weil die beiden einfach so viel Sprachenergie mit sich bringen, ich weiß es nicht genau. Und Prinzess soll ja in der Walking Dead-Story im Comic noch eine relativ große Rolle jetzt haben. Also die wird kein One-Off-Character sein. Nein. Und das ist schön, dass ihr die Charakter anspricht, weil ich wollte nämlich jetzt gerade zur 15. Folge überwechseln, die durchaus massive Kritik abgebekommen hat und ganz besonders in der Form von Prinzess, dem Charakter, als auch die Schauspielerin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das gar nicht nachvollziehen. Also ja, die Runde übers Mienenfeld war dramaturgisch und inhaltlich kompletter Schwachsinn. Das war, glaube ich, einfach nur verdammt, wir müssen irgendwie die Folge um 10 Minuten noch füllen, wir uns fehlt die Geschichte. Aber abgesehen davon bin ich froh, dass im wahrsten Sinn des Wortes ein unkonventioneller Charakter und auch mal ein Fabklecks in dieser Welt ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich schon so ein bisschen in die Prinzess verguckt. Ich finde die total super, bitte mehr davon. Meine erste Assoziation war so ein bisschen wie Tank Girl. Wenn sie Tank Girl noch kennt. Lustiger Vergleich, das passt total gut. Ich fand Prinzess auch wunderbar. Sie hat mir als Figur, passt sie super da rein, weil sie einfach noch eine ganz andere Dimension mit reinbringt, die aktuell keinen Charakter ausfüllt. Und sie ist nicht dieser tragisch bekloppte Mensch, wie hieß er noch mal, der auf der Insel, der da war? Virgil. Virgil. Sie ist auch kein Morgan, der auch so abdreht. Sie ist auch kein Beta, völlig daneben ist. Governor, Terminus, you name it, ja. Genau. Sie ist so ein bisschen so ein quirky Charakter. Du hast gerade gesagt, sie bringt einen Fabklecks da mit rein, sowohl von der Visualität als auch von den Charaktereigenschaften. Und das hat der Serie so ein bisschen in den letzten Jahren gefehlt, um sie auch optimistischer wirken zu lassen. Ja, absolut. Also ich möchte mich auch noch mal ganz, ganz kurz über das, was du eben gesagt hast, Chris, aufregen. Ein Minenfeld mitten in Pittsburgh hinter einem Bauzaun. Also, tut mir leid. Ja. What the fuck? Ich dachte erst, sie gehen auf eine Militärbasis oder sowas. Und da holen sie jetzt Hammer raus oder so. Ja, genau. Dass sie da irgendwie, und dass der fahrbare Untersatz, zu dem sie sie bringt, irgendwie ein Panzer ist. Genau. Das habe ich auch kurz gedacht. Das wäre sinnvoll gewesen. Aber gut. Wenn man das mal wegstreicht, finde ich die auch einen absoluten Hoffnungsschimmer. Und ich finde es auch allgemein schön, dass die endlich noch mal in eine große Stadt gehen. Also dieses, die hängen jetzt irgendwie seit, wie viel Staffel, seit sechs Staffeln oder sowas, hängen die da im Wald ab. Und allgemein, wenn Pittsburgh doch einigermaßen nah ist, so lange sind die jetzt dann wirklich nicht gereist da. Ich habe es auf Google Maps mal nachgeschaut. Ich habe es auf Google Maps mal nachgeschaut. Denn da wir jetzt hier eine letzte Folge bestätigt bekommen haben, also das liebte dieses Bloodworthy Island. Und Alexandria ist das Alexandria bei Washington DC. Und dann macht Pittsburgh auf jeden Fall Sinn. Das sind mit dem Fahrrad. Ich habe es nachgeguckt, sind es 37 Stunden mit dem Rad oder irgendwie 250 Meilen. Das kann man schaffen. Okay. Ja, aber es ist schon ein Stück. Zwei Tage. Aber man kann es auf jeden Fall schaffen. Man kann es auf jeden Fall schaffen, zu einer größeren Stadt zu gehen. Und Pittsburgh ist offensichtlich völlig verlassen. Die ist ja so verlassen, dass Princes da irgendwie noch die letzten paar Walker als kleines Kunstobjekt da inszeniert, was ich auch ganz nett fand. Ich würde tatsächlich mal nach Pittsburgh gehen und versuchen da irgendwie mich in so ein Hochhaus zu verschanzen oder sowas, weil ich ja weiß, dass Walker relativ schlecht Treppen laufen können oder ich das zumindest relativ gut abriegeln kann. Und da dann irgendwie versuchen, ein Basislager einzurichten und irgendwie, keine Ahnung. Ich hätte ja auch gerne noch ein bisschen Hanse. Ich möchte ein bisschen, dass die anfangen mit irgendwelchen Gemeinschaften zu handeln und sowas und sich da ein Leben aufbauen. Das finde ich viel spannender, als ständig wieder ein neuer Gegner und dann ein neuer Konflikt und ein neuer Krieg. Irgendwie so ein bisschen mehr Alltagsgeschehen. Darf ich, bin ich absolut bei dir. An der Stelle möchte ich kurz mal eine Frage in die Runde werfen, die ich in letzter Zeit mit unserem Forever Nerd Girl zweimal diskutiert habe. Nämlich, was würden wir denn im Falle einer Art Zombie-Apokalypse machen? Ich sage ja, der Real bei uns um die Ecke wäre das Beste. Das ist zwar natürlich irgendwie wie jetzt der Night of the Living Dead, glaube ich, ist das, wo sie im... Der Dawn of the Dead. Genau, Dawn of the Dead. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Real bei uns, der ist so vielleicht zu Fuß eine halbe Stunde weg, im Auto fünf Minuten. Der hat zwei Eingänge und eine Tiefgarage. Nee, nicht mal eine Tiefgarage, einen Wareneingang im Keller. Die zwei Eingänge kann man gut verhalten. Da ist ein Bäcker drin, da ist eine Pizzeria drin, da ist eine Reinigung drin, da ist eine Apotheke drin und es ist ein dicker Real mit unten einem fetten Kühlhaus. Also, ich würde zum Real gehen. Dawn of the Dead, übrigens einer der wenigen Zack Snyder-Filme, die ich richtig gut finde. Da habe ich immer wieder Spaß mir, diesen anzuschauen. Es macht ja Sinn, dass die jetzt gerade auf einer Farm sind oder auf dem Wald sind oder irgendwo anders, wo die ein bisschen was anbauen können, weil diese Möglichkeiten hast du außer Rooftopping in der Stadt ja jetzt nicht unbedingt. Auch wenn es laut aktuellen Preppern, da habe ich mal irgendwie vor ein paar Jahren einen Bericht gesehen hat, in der Akte, wenn es so ganz kurz wäre, macht es schon Sinn, sich in oberen Schockwerken zu verstecken vor anderen Menschen. Weil eine gute Verteidigungsmöglichkeit ist nämlich, vor anderen Leuten im Treppenhaus wegzurennen, einen Feuerlöscher zu sprühen und den mal im Treppenhaus zu versprühen, weil da kommt keiner mehr durch, weil der ganze Sauerstoff da aufgebraucht wird. Ah, schlau. Also soll keiner sagen, wir werden unserem Apokalypsen-Bildungsauftrag nicht gerecht. Oder Andreas, was ist denn deine Meinung? Wo würdest du dich denn in der Apokalypse verschanzen? Jetzt sag nicht in die Schule. Nee, ich fände tatsächlich, dass die zwei ganz gute Ideen hatten in dieser Serie. Die erste fand ich Gefängnis. Gefängnis finde ich eine sehr, sehr gute Idee, weil du es einfach extrem gut sichern kannst. Und da drin sollte ja auch im Prinzip alles sein. Da sollte eine Großküche sein, da sollte auch ein Kühlhaus sein. Also da müsste eigentlich alles da sein. Eine Infrastruktur, damit das Ding im Prinzip autark laufen kann. Dementsprechend Gefängnis, super Idee. Das zweite, dieses Musterhausdorf, die gibt es ja auch quasi an jedem Autobahnkreuz. Und ich glaube, Alexandria war das ja, oder? Oder habe ich das falsch verstanden? Ich dachte, Alexandria wäre so ein Musterhausdorf gewesen. Und das finde ich auch eine super Idee, weil du dann einfach schön wohnst. Du hast einfach ein paar schöne Häuser und meistens hast du da einen relativ guten Zaun drumherum, weil ja niemand in diese Häuser einbrechen soll, weil die ja abends quasi verlassen werden von den Leuten, die da den ganzen Tag über drin sitzen und versuchen, die da dieses Haus anzudrehen. Das heißt, das finde ich echt auch noch eine schöne Idee eigentlich. Das stimmt. Und Michael, in Neuss, das ist doch total super, weil was ist denn neben dem Musterhauspark in Neuncast ist doch ein Ikea und ist da nicht auch noch eine, eine Metro ist auch noch in Neuss in der Nähe. Ich glaube, nicht gerade fußläufig. Ja, ich glaube, da muss man unterschiedlich denken, langfristig und kurzfristig. Kurzfristig macht so ein bisschen die Stadtflucht Sinn, weil in der Stadt geht es dann besonders ab während der Apokalypse. Da ist es gut, wenn man Verwandten auf dem Land hatte oder so oder Bekannte in Finnland oder sowas. Später, wenn alles so ein bisschen verlassener ist, dann kann man gut in die Stadt zurückkehren, weil es sicherlich noch irgendwelche versteckten Ressourcen oder irgendwelche Bunker gibt, die man da nutzen kann oder irgendwelches Benzin. Das macht schon alles Sinn. Mir fällt gerade übrigens ein, das hat mich wieder an der Episode in Pittsburgh, was Pittsburgh tierisch gestört. Die sind jetzt, wie gesagt, zehn Jahre in dieser verdammten Apokalypse drin. Öl muss irgendwann raffiniert werden und ist nicht ewig haltbar. Also können die sich nicht einfach aus irgendeinem blöden Tank wieder Benzin rausholen und das funktioniert. Nein, das funktioniert nach ein paar Jahren nicht mehr. Weil sich das dann absetzt oder was? Und dann... Ja, Benzin hat irgendwie eine Haltbarkeit. Ich kann dir gerade nicht mehr die chemischen Zusammenhänge da sagen, aber du kannst halt, es wird auch allen gesagt, es bringt überhaupt nichts, sich in Notzeiten irgendwie 200 Liter feinstes Rohöl zu sichern oder Benzin von einer Tankstelle abzuzapfen, weil das eh nur zwei Jahre hält. Ach, guck an. Jetzt überlege ich gerade, ob die nach dem Zeitsprung überhaupt noch Auto fahren. Ja. Ach so, nach dem Zeitsprung? Nee. nee, nee, fahren sie nicht mehr. Haben sie immer nur Autos mit Fähren davor. Ja, genau, die haben ja dieses Museum da überfallen und sich die Kutsche da rausgesichert. Das fand ich eine sehr, sehr nette Szene eigentlich damals. Und fahren viel mit Kutschen rum. Auch Daryl fährt nicht mehr Motorrad, glaube ich, oder? Ja, doch, der fährt noch ab und zu mal Motorrad in der Staffel. Doch, doch. Also ich müsste mich sehr irren, wenn der jetzt gerade nicht noch mal Motorrad fährt. Aber bleib mal bitte mal kurz bei der Folge. Habt ihr eine Idee, warum die so verrissen wurde irgendwie? Also jetzt mal, wie gesagt, das Mienen fällt mal außen vor. Aber ich kann wirklich der, die Negativität, die da Princess entgegensteht, nicht nachvollziehen. Ihr könnt es auch nicht nachvollziehen. Das freut mich. Dann sind wir uns an der Stelle irgendwie einig. Es wurde auch das Pacing der Folge irgendwie vorgeworfen. Da denke ich mir, Alter, wir haben schon so viel schlecht geschnittene Walking Dead Folgen gesehen. Also das war jetzt bestimmt kein Highlight, diese Folge. Aber jetzt mal abgesehen von der, dass wir das nicht ganz klar war, warum jetzt Beta da den Stimmen hört. Das war die Dinge für mich, die unklar waren. Und halt dieses Mienenfeld. Ansonsten fand ich diese Folge eigentlich durch und durch gut. Ich fand, jeder Charakter hat seinen Raum gekriegt. Wir haben durchaus ein paar Entwicklungen gesehen. Wir haben diese Nige Lydia Sache gehabt. Wir haben die Daryl Judith Sache gehabt. Wir haben Carol und Kelly gehabt. Also da war doch eigentlich irgendwie für jeden was dabei. Außer für Conny-Fans. Da war irgendwie Nische dabei. Aber da ist auch schon seit vier Folgen nix dabei. Und da frage ich mich auch so ein bisschen, haben die die vergessen? Und Magna ist irgendwie auch, also dieser Magna-Charakter, den kannst du jetzt auch bald killen, weil die wissen sowieso nicht, was sie mit ihm machen sollen. Da können sie jetzt, oder Luke, die ganze Gruppe um Magna ist eigentlich völlig verschenkt. Außer, ja, außer eigentlich jetzt Kelly. Die ist ja die einzige Halbwegs, was macht. Ja, ich fand die Episode auch durchaus in Ordnung. Es ist eine typische Ruhe vor dem Sturm. Ruhe vor dem Finale-Episode. Alle sammeln sich nochmal irgendwie. Und dann gibt es im Letzten den Riesen-Clash. Walking Dead hat es die letzten Staffeln zwischendurch mal wieder gemacht. Dass sie eher die Game of Thrones-Struktur gemacht haben. In der vorletzten Episode den großen Knall. Und danach so ein bisschen die Nachwehen. Aber hier scheint es ja darauf hinzulaufen, dass wir jetzt diesen sogenannten Whisperer-War in einer Folge am Ende der Staffel bekommen. Und was man auch so ein bisschen gesehen hat an dieser Folge, weil es war mir vielleicht dann etwas zu aggressiv mit der Kamerafahrt, wie sie ganz offensichtlich Budget gespart haben, indem sie von den riesen Zombieherden die Kamera weggedreht haben oder nur auf Beine gezeigt haben oder nur auf einzelne Charaktere und man die ganze Horde im Hintergrund gehört hat. Ja, oder es wurde halt auch noch nicht rechtzeitig fertig. Also, mich hat die Folge auch sehr, sehr gut unterhalten. Ich finde tatsächlich, das hatten wir eben schon mal gesagt, dass ein bisschen was fehlt. Ich weiß nicht, wie die in dieses Krankenhaus gekommen sind. Das hat mich auch gestört, weil ich wieder gedacht habe, ich habe irgendwas nicht richtig mitbekommen, aber tatsächlich wird es meiner Meinung nach nicht richtig erklärt. Nein, wird es nicht. Ansonsten kann ich dir ansonsten noch recht geben. Also, Princes ist ein toller Charakter. Das wird die Serie nach vorne bringen. Ich finde tatsächlich, dass die Gruppe um Magna nicht komplett verschenkt worden ist, weil Yumiko ja auch eine relativ große Rolle hat. Oh ja, okay, gut, stimmt. Die habe ich jetzt gerade vergessen. Ja, hast recht, ja. Und da finde ich nur, hat die Beziehung zu Magna nicht so super funktioniert. Also, ich weiß jetzt, dass die offensichtlich ihre Anwältin war, Yumiko, und dass die dann irgendwie sich eine Beziehung angefangen haben und jetzt überlegen, sich zu trennen. Aber ich werde aus Magna auch nicht richtig schlau, auch wenn ich die ganz gut gespielt finde, weil die ist ja von der Deutschen, glaube ich, gespielt, von Nadja Hilker. Die gefällt mir eigentlich ganz gut. Und Conny vermisse ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ja, für Daryl tut es mir halt ein bisschen leid. Da hat sich jetzt gerade so was angebahnt, ja. Ja, gut. Mich hat es auf jeden Fall unterhalten. Und ich freue mich auch wirklich jetzt aufs Finale, auch wenn das eben noch eine Zeit lang dauern wird in unserer realen Apokalypse hier. Ja. Zwei Sachen, die mir noch aufgefallen sind in diesen vier Episoden. Wir haben wieder zwei neue Wörter für Zombies. Und zwar sind das einmal die Rippers und andererseits die Rotters. Ich frage mich, ob sie in der letzten Episode, so wie es in diesen ganzen Smallville und Gossam-Folgen waren, wo Batman und Superman nur in der letzten Episode gezeigt wurde. In der allerletzten Episode sagt irgendjemand Zombies. Und dann ist mir während dieser ganzen Folgen so klar geworden, es wurde zwar groß angeteast, dass Ezekiel jetzt Krebs hat und erkrankt ist und so, aber dadurch, dass sie jetzt auf dem Weg ins Commonwealth sind, ist doch sowas von klar, dass der dann da hinten therapiert wird und nicht drauf geht. Danke, dass du es ansprichst. Genau der gleiche Gedanke kam mir halt auch. Da ist die Spannung für mich völlig raus. Da habe ich einen ganz anderen Gedanken. Das sehe ich völlig anders als ihr. Sehr schön. Da kriegen wir nochmal ein bisschen Fahrt hier rein. Ich finde, dass die ganze Zeit angeteasert wird, dass Ezekiel sich opfern wird. Hatte ich kurzzeitig auch gedacht, bis ich auf den Gedanken mit dem Commonwealth kam. Ja, ich hatte das auch irgendwie. Ich dachte, in dem Minenfeld, er schreitet jetzt mutig voran. Aber dann kam mir der Gedanke mit dem Commonwealth und dann schließe ich mich dem Michael an und sage, der wird eh geheilt. Aber ja, der Gedanke ist mir auch. Wie gut sind die denn darin, Krebs zu heilen? Also ich finde, Ezekiel hat so einen schleichenden Tod und das ist ein Tod, den der als großer Charakter, und ich mochte den auch sehr, sehr gerne, nicht verdient hat. Auf der anderen Seite sehe ich, dass er sich, und das fand ich auch eine richtig schöne Szene, bei Jerry so halb verabschiedet hat. Jerry hat mir allgemein sehr, sehr gut gefallen in dieser Episode, auch wenn das irgendwie nur zwei, drei Minuten war. Aber ich finde, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch, in der Jerry ja quasi übergeschwenkt ist von König zu Ezekiel. Ja. Sodass er ihn endlich quasi als Freund anerkennt und nicht nur als König. Also ich sehe, dass Ezekiels Story-Ark zu Ende ist und dass er aber nicht diesen schleichenden Tod bekommen wird, sondern sich final dann irgendwie opfern wird, auf irgendeine Art und Weise. Das wäre so meine Prognose. Oh, schön auch, wie übrigens Ezekiel sich zurückhalten musste, sich vor Prinzess nicht King zu nennen. Ja, genau. Ja. Ja, also meine Hoffnung ist bei dir, Andreas, dass es so sein wird. Du bist wieder rockerlich. Du bist wieder rockerlich. Nochmal. Meine Hoffnung. Meine Hoffnung ist bei dir, dass es so sein wird, dass er seinen verdienten Tod bekommt oder angeteaserten Tod bekommt, weil der Charakter einfach zu Ende erzählt wurde. Allerdings muss ich dann zurück auf die Walking Dead-Geschichte blicken und sie werden es ja auszögern und ihm Chemotherapie im Commonwealth geben. Du hast vorhin ganz am Anfang angesprochen, Andreas, das ist nochmal ein Aspekt, dass der Ezekiel Tierpfleger war. Worauf wolltest du denn da hinaus? Ich meine, das mal gehört zu haben und er hatte ja auch quasi die letzte Katze vor dieser Episode hatte er ja quasi mit, wie hieß der Tiger noch? Sheila oder was? Shiva, ja. Shiva, genau. Ich habe das mal gehört irgendwie, dass er in einem vorherigen Leben Tierpfleger war. Ja, ja, das stimmt. Und sich noch für Theater interessiert hat. Das stimmt. Nur ich dachte, da ist irgendein Detail in der Serie, in der Folge jetzt gewesen, das mir entgangen ist, dass das nochmal aufgreift. Ja, schon, finde ich schon. Also als nämlich sein Pferd gebissen oder eine Wunde kriegt, ich weiß nicht mehr genau, was das für eine Wunde war, da bricht er ja halb zusammen und da merkt man, dass er so angefressen ist als Charakter, dass er so zerbrechlich ist. In dem Moment, wo das Pferd quasi stirbt, denkt man ja, Ezekiel stirbt jetzt gleich mit, weil es ihm so schlecht geht in dem Moment. Und ich finde, das fand ich erstens charakterkonform, ich fand es eine ganz schöne Szene, auch wenn sie wieder unglaublich dunkel war. Und ja, hat für mich irgendwie ganz gut gepasst. Ist das Pferd nicht durch eine Mine draufgegangen? Nee, vorher wurde es gebissen, es war ein anderes Pferd. Also es gab ein anderes Pferd vor, was gebissen wurde, deswegen reitet er ja dann, da hocken sie jetzt ein Zweiter drauf und dann später wird ein Pferd durch die Mine getötet. Die haben die Explosion nie gehört und die Explosion hat scheinbar auch vorher keine anderen Walker angezogen. Frag nicht über das Mienenfeld, stell doch da jetzt keine Fragen. Du bist ja schon wie ich bei anderen Serien, who shall not be named here. Stell doch jetzt keine Fragen. Nimm es doch einfach hin. Ich muss ja sagen, ich muss trotzdem sagen, dass ich die Sidequest mit dem Mienenfeld an sich ganz amüsant fand, um nochmal so ein bisschen Princess zu verdeutlichen, wie sie einfach drauf ist und wie verwirrt sie ist. Auch wenn es ein verbrauchtes Klischee in der Film- und Serienwelt ist mit diesem Mienenfeld, hat mich es jetzt nicht so gestört wie vielleicht andere. Dass ein Mienenfeld da ist, das ist eigentlich eine schöne Sidequest, das sagst du richtig, aber dass ein Mienenfeld mitten in Pittsburgh hinter einem Bauzaun sich befindet, das finde ich einfach das Unplausibelste, was The Walking Dead jemals gezeigt hat. Ja, also ganz ehrlich, wie gesagt, vor allem, weil ich halt auch dachte, das hat den Payoff, dass sie jetzt halt einen Panzer suchen oder einen Hammer oder irgendwie so ein Kram. Und dass es halt ein Militärlager ist. Also von daher, meine Fliegerbombe macht in den USA keinen Sinn, die sind nicht bombardiert worden. Das hättest du jetzt in Köln machen können oder so, aber ja, also ja, klar und dann vor allem am Ende nur, weil sie halt mit noch ein bisschen länger mit denen quatschen konnte oder wollte und dann so einen Umweg führen. Ja, also, aber wie gesagt, vielleicht war es ja ein Verteidigungsgürtel, der irgendwann aufgebaut wurde, aber nichts gebracht hat. Ja, das rätst du jetzt halt auch wieder schön. Es war einfach Kack-Writing. Sagst du doch, wie es ist. Sie mussten irgendwie noch zehn Minuten füllen und dann haben sie das halt einfach eingeschrieben. Ich glaube aber, um an der Stelle, weil ich jetzt schon wieder die Kommentare, da regst du dich ja gar nicht so auf. Ich glaube, es geht halt einfach ums Involvement, was man in einer Serie hat. Und ich habe das an anderer, ich glaube, das habe ich in dem anderen Podcast gesagt, ich bin halt bei dieser Serie, bin ich sehr deutlich verzeihlicher, was sowas angeht, weil ich das gerne gucke, aber wenn es zu Ende ist, ist es zu Ende. Ich habe zum Beispiel, Andreas, würde ich mal interessieren, wie es bei dir ist, guckst du die Spin-Offs? Mich interessieren die Spin-Offs ja ehrlich gesagt nur aus Chronistenpflicht. Ich gucke die praktisch immer in der Pause einmal durch, aber ich kann locker ein halbes Jahr warten, bis ich mal Fear the Walking Dead weiter gucke und diese andere Serie, wie heißt die jetzt, die kommen soll? Oder ist die schon? Säter, ich weiß das gar nicht. Die ist auch verzögert. Da habe ich gerade mal den Trailer vor anderthalb Wochen, habe ich gedacht, ach Gott stimmt, da gab es doch noch mal so einen Trailer, hast du noch gar nicht gesehen. Also ich gucke The Walking Dead gerne und die anderen so aus Chronistenpflicht, damit ich, sage ich mal, die quer, also eigentlich gucke ich es mehr wegen der Querverweise, weil wir hier diesen Podcast machen. Deswegen bin ich auch bei sowas hier viel verzeihlicher, was sowas angeht, wo ich mich woanders wahrscheinlich wieder tierisch drum aufgeregt hätte, weil da mein Fan-Heinz nicht so involviert ist. Wie ist es denn eigentlich bei dir, Andreas? Guckst du die anderen Serien? Nee, tue ich nicht. Ich habe Fear the Walking Dead angefangen, fand es aber irgendwann ermüdend, weil mich die Charaktere nicht so richtig bekommen haben. Vielleicht versuche ich es auch noch mal irgendwann. Das Problem, nee, nee, kein Problem. Ich sehe es ein bisschen anders, weil The Walking Dead für mich keine Serie ist, an der so unfassbar mein Herz hängt. Das habe ich an anderen Serien, die für dich wiederum nicht die Serien sind, an denen dein Herz hängt. Das möchte ich aber jetzt nicht mehr vertiefen. An dieser Stelle. Für mich ist The Walking Dead ein Willkommener und ein Trash, an den ich mich gewöhnt habe. Und das macht mir Spaß. Ich kann mir, ich kann mir jede Woche mal mal kurz in dieses Trash-Universum geben, dem ich wirklich alles verzeihe. und ich nehme manchmal, wenn diese ganz, ganz dunklen Episoden kommen, dann erwische ich mich teilweise selber, wie ich zwischendurch schon mal ein bisschen irgendwie was im Netz lese oder sowas zu dieser Folge, weil ich irgendwie denke, ja, ein Hörspiel kann ich mir auch irgendwie, ohne dass ich ihn gucke, anhören. Aber ansonsten, also die Serie hat für mich keine große Qualität, auch schon lange nicht mehr. Ich weiß nicht, doch die zweite Staffel, da weiß ich noch, auf Herschels Farm, da habe ich noch gedacht, das ist eine richtige Qualitätsserie. Und danach habe ich dann ganz, ganz oft gedacht, oh, hier ist so viel Trash dabei und habe mein Nutzungsverhalten quasi auf diese Serie angepasst. Ich gucke das total gerne, ich habe wirklich Spaß daran, aber große Qualitätsansprüche habe ich dann nicht mehr. Gerade was die Vorschiele angeht. Dann guckst du es genauso, wie es wahrscheinlich intentioniert ist gerade, und zwar als pure Zombie-Soap-Opera, die es ja aktuell nur ist. Ja. Das ist unser GZS. Aber das ist ja auch okay. Ja, ja, absolut. Absolut, völlig in Ordnung. Genau. Ich glaube, sie können diese Serie auch ewig weiterführen, weil diese Serie, glaube ich, auch relativ günstig ist. Also du hast halt diese, die Masken, die relativ viel gestaltet werden müssen, aber ansonsten, du hast einen Cast von relativ vielen unbekannten Leuten, da bezahlst du vielleicht noch für Carol, Negan und Daryl so ein bisschen mehr. Wenn es so teuer wird, lässt du halt sterben. Ja, genau. Und ansonsten kannst du das Ding halt ewig weiterziehen, weil, also auch die Masken kannst du ja wahrscheinlich wiederverwerten oder sowas. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Ding nicht viel kostet. Du hast kaum Special Effects mehr. Ich glaube, dass das AMC wird das ewig weiterführen, weil es einfach sich für sie lohnt, das zu machen. Haben sie ja auch gesagt. Und Robert Kirkman, der Autor von den Comics, wollte die Serie ja auch ursprünglich irgendwie nie enden lassen. Und er hat gesagt, sie wird enden, wenn ich keine Lust mehr habe. Und er hatte jetzt letztens wohl keine Lust mehr. Deshalb ist der Comic jetzt ausgelaufen. Aber AMC macht noch gute Zuschauerzahlen da mit, macht ein drittes Spin-Off raus. Zombies gehen irgendwie nebenbei immer. Und dadurch, dass es aufgebaut ist, eigentlich wie eine Soap-Opera, werden die, du hast vollkommen recht, werden die keine Verluste einfahren, sondern werden eine Cash-Cow haben, die die so ein bisschen melken können, solange wie es geht. Ja. Und ich finde ja tatsächlich auch, da muss ich nochmal kurz ansetzen, dass mit Angela Kang eine gewisse Qualität zurückgekommen ist, die mit Scott Gimple vorher nicht so richtig da war. Aber ich finde zum Beispiel, dass Gesprächsszenen viel, viel besser funktionieren als noch in den Staffeln, die ohne Angela Kang gelaufen sind. In diesen Folgen, die wir jetzt gerade besprochen haben, hier Eugene und Carol, die Szene fand ich relativ stark, auch wenn ich auch nicht so richtig weiß, ob die schon mal miteinander gesprochen haben. Ezekiel und Jerry, hätte ich gesagt, die fand ich super. Auch Negan und Daryl fand ich super. Also das sind wirklich Gesprächsszenen, die ich auch ein paar Jahre lang nicht mehr so richtig gesehen habe. Und deswegen gefällt mir auch die Entwicklung da. Das ist einfach eine nette Nebenbei-Serie für mich. Und ja, und ich mag es auch dann eben darüber zu reden. Deswegen freut mich das hier auch jetzt gerade wieder. Das ist schön. Jetzt sind wir schon fast über 90 Minuten hier zugange. Und jetzt möchte ich die Folge auch noch mit etwas beschließen, das mir extrem positiv in Erinnerung geblieben ist. Und da wollte ich euch dreien teilhaben an meiner Freunde, dass nämlich Hund auch noch lebt. Das haben wir nämlich auch schon seit, glaube ich, die ganze Staffel irgendwie noch nicht gesehen. Aber Hund lebt noch. Also von daher sind wir doch alle darüber froh und glücklich. Ja, und hoffen dann. Ich habe kurz gedacht, das wäre ein anderer Hund tatsächlich. Also keine Ahnung, ob es der gleiche Hund war. Aber es war ja auch wieder so im Halbdunkel irgendwie. So, dass ich gesagt habe, das wird der schon sein. Ja, denke ich mal. Ja, wenn ihr nichts mehr habt, mein Zettel ist leer gequatscht. Ich habe mehr oder weniger alles abgestrichen, was ich mir vorgenommen hatte. Und wenn ihr nichts mehr habt, dann würde ich sagen, packen wir mal The Walking Dead bis auf weiteres Mal auf Halde. Und schauen mal, wie es da weitergeht, wann es weitergeht. Ich glaube, ich bin vollkommen bei euch. Es wird noch eine ganze Weile weitergehen und sollte uns mal so richtig langweilig werden und sich das Staffelfinale jetzt echt noch ein paar Wochen oder eine Monate hinziehen. Vielleicht binge ich dann einfach mal Fear the Walking Dead. In der Wüttelstelle sind das jetzt vier, glaube ich, oder sowas. Dann binge ich das mal irgendwie an zwei, drei Wochenenden durch und dann können wir ja darüber vielleicht noch mal reden. Vielleicht hat ja einer Lust, irgendwie mitzumachen. Ansonsten könnt ihr die Girls von Nerdizismus jetzt bald schon wieder hören, wenn wir nämlich über Westworld reden. Eine Serie, die ich ganz toll finde. Und Andreas, da hast du auch eine andere Meinung zu. Und das ist aber auch ganz toll. Deswegen höre ich vielleicht oder möchte ich deine Stimme vielleicht auch noch mal dazu hören, weil ich aber jetzt nicht weiß, ob du die Staffel überhaupt noch guckst. Guckst du es? Oder wirst du es nicht mehr schauen? Okay, dann hat es sich erledigt. Dann hören wir dich zur zweiten Staffel nicht mehr. Zur dritten Staffel mit deiner Meinung, weil dann bringt es ja nichts. Dann können wir uns vielleicht irgendwann mal bei einem gepflegten Bier mal darunter halten, warum du aufgehört hast und ich nicht. So, an dieser Stelle, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann Däumelein nach oben und vielleicht mal ein Review da lassen. Ihr dürft auch gerne natürlich auch bei iTunes etwas kommentieren. Ach so, eine Anmerkung habe ich noch, wenn ihr bei iTunes was schreibt. Ihr müsst da auf gar keinen Fall immer fünf Sterne lassen. Ihr könnt da auch nur einen Stern lassen. Ihr könnt da auch was schreiben. Aber liebe Freunde der Kritik, wenn ihr was schreibt, dann bitte auch so, dass wir da was mit anfangen können. Also so im ganzen Satz und mit Punkt und Komma. Und vor allem, wenn ihr uns was vorwerft, dann bitte doch keine Dinge, die man mit zehn Sekunden ergoogeln einfach hätte rausfinden können. Ja, also da sind manchmal, da stehen manchmal Dinge, das kann ich nicht verstehen. Also wenn ihr was loswerden wollt, dann werdet los an info.nerdysismus.de bei einer Review auf iTunes oder ihr schreibt uns eine WhatsApp oder Telegram an, die 015259647709. Und in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Michael, dir vielen Dank, dass du dich aus der Fremde zugeschaltet hast. Andreas, dir vielen Dank, dass du dich aus der Fremde zugeschaltet hast. Also wir haben den Sicherheitsabstand von 1,50 Meter mehr als nur eingehalten. Und in diesem Sinne, bleibt gesund. Wir bleiben zu Hause, weil ihr zu Hause bleibt. Und in diesem Sinne, ja, bis die Tage, nachtet die Ort. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.